Okay, Chad, let's go! Wir machen einen Full Rando Run. Wir haben, wie gesagt, alle Gegner sind gerandomized, alle sind zufällig, werden ausgetauscht mit anderen Gegnern, alle Bosse sind random ausgetauscht, alle Items, die ich finde, sind random ausgetauscht, somit auch wichtige Schlüsselgegenstände, die wir brauchen, um das Spiel durchzuspielen, sind ausgetauscht. Das heißt, ich muss überall suchen gehen, auf die Suche gehen. Und dann, was das alles noch mal schlimm macht und schwierig macht, ist, dass alle Nebelwände gerandomized sind. Das heißt, ich kann nicht einfach simpel von A nach B gehen, sondern ich muss, wenn ich zu B kommen will, von A, dann muss ich vielleicht Richtung C über D über F über G und dann komme ich erst bei B an. Das muss ich dann auch herausfinden, wie ich da komme, weil ich werde immer weggeportet, wenn ich durch eine Nebelwand gehe, zu einer anderen Nebelwand, irgendwo am anderen Ende des Spiels oder so. Das wird dann natürlich auch skaliert. Sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt durch die nächste Nebelwand durchgehe und ich lande direkt irgendwie im letzten Gebiet des Spiels, dann sind die Gegner auch so schwach, wie als würde ich jetzt durch die erste Nebelwand gehen. Das skaliert mit. Und on top, weil das noch nicht schwer genug ist, habe ich eine Auto-Equip-Mod an, dass die macht, dass alles, was ich finde, wird automatisch ausgerüstet. Sei es Rüstung, sei es Schild, sei es Waffe, wird automatisch ausgerüstet und ich muss dann damit arbeiten, was ich finde. Ich darf jetzt nicht wieder ablegen, was anderes ausrüsten, sondern ich muss halt damit arbeiten. Das hatten wir schon bei Elden Ring auch so gehabt, aber bei Elden Ring war so, wenn ich eine Waffe plus 10 geupgradet habe, dann sind jetzt alle Waffen, die ich finde, könnten theoretisch auch plus 10 schon bereits geupgradet sein. Hier ist es halt nicht so. Das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen taktieren mit meinen Upgrade-Materialien. Wenn ich mal eine gute Waffe finde, vielleicht pushe ich alle Upgrade-Materialien da rein und versuche damit, so viele Bosse wie möglich zu machen, bevor ich wieder irgendwie weiter Progresse und weiter Items suche. Und das Ding ist, ich kann nicht Items einfach liegen lassen. Ich muss Items mitnehmen, weil wir brauchen natürlich Schlüsselgegenstände. Und ich weiß ja nicht, wo Schlüsselgegenstände liegen, weil die sind natürlich auch gerandomized. Das heißt, ich werde sehr oft Waffen einsammeln, die ich nicht haben möchte. Ich werde wahrscheinlich sehr oft mit Waffen kämpfen, die so gut wie gar kein Damage machen und das einem sehr, sehr schwer machen. Aber der Struggle ist geil. Ich liebe Struggle. Und wir gehen rein. Wie nennen wir den Charakter? Lord Wessel, erstes Item. Nee, es kann, glaube ich, nicht sein. Ich muss trotzdem nach Annelon. Ich glaube, ich habe Randomizer so eingestellt, dass Lord Wessel ich trotzdem nur bekomme, wenn ich in den Raum komme, wo Gwinevere ist. Ich glaube, so hat sich das eingestellt. Ohne, ohne Sila. Rangus. Ran, 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 Randuso. Randuso. Okay. Geschlecht, äh, männlich, I guess. So, was haben wir hier? Das ist jetzt, der Anfang ist wichtig. Ja, okay, ist nicht so wichtig. Weil die Sachen, die ich jetzt hier habe, die werde ich wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten, 5 Minuten wieder eh alles verlieren. Deshalb, äh, ja. Zählt nur für die ersten paar Räume, paar Kämpfe. Ja, wow, wir haben direkt schon mal zweimal dasselbe. Also an Waffen. Okay. Bonk! Ist ein geiler Bonk. Das Ding ist, es wäre smart. Oh, ja, stimmt, es gab den Dark Souls Peitschen, ne? Die Peitschen waren alle scheiße. Ähm. Das Ding ist, ich könnte jetzt natürlich Bonk nehmen, das ist ein sehr starker Hammer. Ich glaube, das ist auch so ein Hammer, mit dem man Level 1 Runs macht, ne? Äh, glaube ich. Ähm, der ist sehr stark, aber das Ding ist, wenn ich natürlich jetzt den Hammer nehme und damit starte, dann werde ich den im Laufe des Runs natürlich nicht mehr bekommen. Und das ist eigentlich eine gute Waffe. Und das wäre eigentlich gut, die guten Waffen so spät wie möglich zu bekommen für die schweren Bosse, ne? Deshalb sollte ich anfangs lieber irgendwas nehmen, was ich später eh nicht benutzen will. Es gibt den Hammer doppelt. Keule? Äh, dann nimm Peitsche. Soll ich mit Peitsche starten? Aber warum? Wie, warum? Die Logik erschließt sich mit ihm irgendwie nicht. Pass auf, pass auf. Wenn ich jetzt diesen Hammer mitnehme, der sehr stark ist und fünf Minuten später eine andere Waffe finde, was definitiv passieren wird. Ich werde wahrscheinlich sehr früh Waffen finden, die ich automatisch ausrüste, die ich dann gezwungen bin zu benutzen. Dann ist ja die Waffe komplett raus. Ich darf diese Waffe nicht mehr ausrüsten und ich werde sie auch nicht mehr finden, weil ich sie ja bereits habe. Hab's gerabt, okay. Aber die schweren Bosse können auch am Anfang kommen, oder? Das Ding ist, auch wenn wir die schweren Bosse direkt am Anfang bekommen, es ist skaliert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pinwheel ganz am Ende des Spiels bekomme, dann wird dieser Pinwheel sehr, sehr stark sein. Wenn ich jetzt einen Artorias direkt im Tutorial bekomme, dann wird der Artorias recht schwach sein. Das heißt, je weiter wir kommen, auch wenn die Bosse gerandomized sind, die werden natürlich stärker. Deshalb, es hängt von der Entfernung ab. Ich habe ein Typo, sagt ihr? Tatsächlich. So. Deshalb, ja, lass einfach mit Paische starten, digamos. Ich fühle mich abgeholt und bestens informiert. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Schlüssel auch gerandomized sind. Keine Ahnung. Ob die hier nur, dass da nur geschrieben steht, ist ein Generalschlüssel, aber dann ist das gar kein Generalschlüssel. Deshalb mal schauen. Ja, immer kräftige Beine. Immer der Pagenschnitt. Und immer rot. So, okay, let's go. Ich habe auch noch irgendwelche Pfeile dabei, Chad. Ich habe irgendwelche heiligen Pfeile mit einem Bogen dabei. Final Boss Pinwheel, das wird's. Wäre geil. Ich habe ja, wenn ihr das nicht mitbekommen hattet, hatte ich dasselbe mit Elden Ring gemacht. Und wisst ihr, wer mein Endboss war, anstelle von Elden Biest? Das ist Gottskindu. Das war schrecklich. Radagon war bei mir in Malikav. Dann habe ich Malikav besiegt, nur um dann in der Elden Biest Arena vor dem Gottskindu zu stehen. Das war scheiße. Habe ich auch nie beendet den Run. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Elden Ring-Challenge beendet. Ich habe eine goldene Leid. Alle Challenges, die ich angefangen habe, musste ich abbrechen. Gut, bei der Elden Ring Full Rando Challenge, da lag es auch generell an der Zeit her, dass ich das zeitlich nicht geschafft habe. Ich habe mir einfach eine Zeit gesetzt, bis zum Release von DLC. Und da habe ich es zeitlich je nicht geschafft. Zum Glück. Ich hatte echt keinen Bock, gegen Gottskindu zu kämpfen. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Zeitpunkt als letzte Waffe hatte. Äh, als aktuelle Waffe hatte. Kannst du noch heute DLC auf Rune Level 1 Speedrun machen, um bei der Challenge von Diss zu gewinnen. Äh, bis wann läuft denn die Challenge noch eigentlich? Die müssen doch schon langsam zähnen. Ach, heute, heute ist der letzte Tag. Ihr habt da so komisch, so recht zu einem komischen Sprich, ne? Und der furtive Pygmy, so leicht vergesst. Wieso? Wieso ist da rechts so ein Strich? Habt ihr den Strich gerade nicht gesehen? Die Challenge der Dragon. Äh, hier. Hier ist ein schwarzer Strich, also da, beim Spiel. Die Schwarzer, die Schwarzer, die Schwarzer, die Schwarzer, auf der PS3 noch irgendwo. Und wann war das genau? Äh, ich hab keine Ahnung, ob ich da von BOD habe. I don't know. Äh, es war, glaub ich, letztes Jahr. Und Seath, die Skalers, die Schwarzer, die sich selbst verbraten. Und die Drei, die sich nicht mehr verbringten. Hey, ich bin kein Strich, ich bin momentan echt fett. Kein T-Shirt passen, ich muss momentan mir ganz viele neue T-Shirts kaufen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es nur das Intro, dass da ein Strich-Chat ist und nach der Intro ist da gar kein Strich Ne, ich bin nicht mehr skinny-fett Ich bin mittlerweile über-skinny-fett Ja, ich weiß, das ist ein Balken Vielleicht ist er nur im Intro, der geht gleich weg Das sind wir, Chad Also ich will gar nicht abnehmen Ich bin eigentlich zufrieden mit meinen 80 Kilo Aber das bringt natürlich mit sich, dass ich neue T-Shirts brauche Yes, indeed Okay, let's go Der Schlüssel natürlich Jetzt kurz mal schauen, ob der Generalschlüssel nicht gerandomized ist Tatsächlich nicht stark Stark, 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 stark Okay, wen haben wir denn hier Für später Äh, den Skorpion, ne Was habe ich für eine Roll? Okay Keine Fat Roll, mit Roll Hast mich einfach eingeholt Ja, Chunky Bin Chunky Das ist super weird Ich habe jetzt letzte Zeit sehr viel Elden Ring gespielt Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen Ich habe die ganze Zeit gerade Y gedrückt auf der Leiter Und habe auch gerade versucht zu springen Aber es hat nicht funktioniert Ich drücke wieder Y Junge, kann bitte das Skorpion da unten aufhören So, wen haben wir als Tutorial Boss Den wir eh nicht bekämpfen werden Weil ich gleich durch eine Nebelwand laufe Und ganz woanders auftauche Isn't being real Okay Warte, ich töte ihn einfach, Chat Verprügel ihn damit Hast du Easy Asylum? Bin ich mir nicht sicher Ich glaube, ich habe es rausgemacht Aber Pinwheel ist auch ziemlich easy Ja, der kommt nicht runter Ich muss oben ihn angreifen Aber wir kommen nicht nach oben Weil gleich kommen die erste Nebelrand Und dann werden wir dieses Gebiet wahrscheinlich nie wieder sehen Ja, ich habe gewahrt für einen Port Ich hatte gehofft, der portet sich runter Aber Ach so So, das ist natürlich noch nicht gerandomized Das ist das, was schon bereits gerandomized wurde Ach so Ach so Ich habe es geschafft Da ist unsere Peitsche So, let's go, Chat Abfahrt Abfahrt Hier sind die Fernkampfsachen Also die Pfeile und der Bogen Ne, hier ist erst das Flakon und der Bogen Ja Fuck Fuck Ich hatte andersrum ausrüsten Ich habe ganz vergessen Autoequip, Chat Ich spiel doch Autoequip Ich hätte zuerst den Bogen aufsammeln sollen und dann Was sind die Mondlichtpfeile eigentlich? Was machen die? Ich glaube, die machen einfach nur Heiligen Schaden oder so Und das war es Also extra Schaden Ne, Magie Schaden machen die Okay, cool Sands Fortress Fängt gut an Dann lass uns ein bisschen was looten Dafür hast du 30 gute Pfeile Ja, damit werde ich absolut nichts bekämpfen Und nichts besiegen Gab es da unten ein Item? Bin mir nicht sicher Moment, die Golems sind ja jetzt auch gerandomized Keiner wirft Kugeln, ne? Ja Ja, da hinten steht ja so ein Magier aus dem DLC Keiner wirft Kugeln Oh, schön Schön entspannte Sands Fortress Da springe ich noch nicht runter Ja Die Beschleuniger und Talismanne werden auf die linke Hand automatisch ausgerüstet Das heißt, es blockiert mir jetzt einfach nur ein Schild der Zauberstab Und ich kann weiterhin mit meinem Bogen spielen Ey, da unten gab es noch eine Kiste Fahren wir mal gleich Looten erstmal hier alles weg Ah, Dark Souls Einfach geil, Mann Einfach Peak Einfach Peak-Videospiele Hier sind wir als Menschheit angekommen Beim perfekten Videospiel Und danach ging es nur noch bergab Ey, der wurde nicht gerandomized Ah, ist NPC, ne? Okay Okay, der nimmt nicht so viel Schaden Aber oben ist Der kommt mit Schild Der Jump Okay, Hose Und ein Riesengelut Oh, die Riesengelut ist sehr wichtig Und Hui Hallo Der schwarze Balken ist weg, oder, Chad? Ich glaube, der ist weg, ne? Ja, es war nur Die Cutscene war irgendwie wohl weird Ja, wie komme ich hier jetzt lebend durch? Popo Mario Drei Savage Was ein Move, ja Einfach jetzt jedes Mal wieder hochlaufen, drauf springen Okay Hochlaufen, runterspringen Ihn so besiegen Indem ich die ganze Zeit auf seinen Kopf springe Äh, wir können beide Musik anmachen? Wie sind, wie, äh, was denkst du, wie lange das dauert? Äh, ist sehr schwierig, das abzuschätzen Weil ich bin ja sehr abhängig davon, was ich finde Vor allem, ich bin ja auch sehr abhängig davon Wie früh oder wie spät ich Schlüssel-Items bekomme Wie früh oder wie spät komme ich, äh In Anolondo an Um die Lordwessel abzuholen Um, äh, mich überall hin zu porten Wenn ich mich nicht porten kann, dann muss ich ständig laufen Äh, er verkauft Er verkauft Seelen Für sehr wenig Okay, ja, die 17.000 Heldenseele, ja Das muss jetzt nicht unbedingt sein Menschlichkeit, 5000 Geile Jauchiküchlein Ja, die großen Seelen können wir uns abholen Wenn ich mal vielleicht Oh, ja Er hat eine graue Scholle Okay, stark, Chat Das ist schon sehr geil Er hat Funkeltitanit Für nur 500 Unendlich Das ist super stark Würde alle Seelen in Goldman Ist ja goldstabil Was eigentlich der Stand beim Bonk Run Ähm, ich hab aufgegeben So wie alle meine Elden Ring Challenges Okay, die Waffen Das Drachenschwert ist not bad Die Helle Bard ist not bad Äh, aber ja Ich glaub, wir können schon fast Wir können uns Eigentlich, das ist hier schon eigentlich Eigentlich das eines Der wichtigsten Funde Im ganzen Run jetzt schon Weil damit kann ich jedes Mal Wenn ich eine Waffe finde Die mit Funkeltitanit Upgrade bei ist Immer direkt auf maximale Stufe upgraden Mit den beiden Items Das heißt, jedes Mal Wenn wir eine neue Waffe finden Die geil ist Komm ich jeden zurück Und upgrade sie Und dann Abfahrt Brauchst halt nur sehen Ja, ja, das ist ja klar Das ist klar Das kommt ja Sobald ich jetzt langsam Eine gute Waffe finde Hätte mir gedacht Nachdem das Thema eigentlich Denken könnte Ja Ich war bei Mock Win Ich hab Mock Win Nicht hinbekommen Weil ich halt Null Damage gemacht habe Und alle anderen Optionen Die ich hatte Wie zum Beispiel Godskin Dua Bei denen habe ich auch Count Damage gemacht Also Ja Ich hätte mich vielleicht Durchbeißen können Und dann Keine Ahnung 40 Stunden Streamen können Dann hätte ich es vielleicht Irgendwann geschafft Aber Stachel Schlüssel Eine Waffe die ich nicht benutzen kann Und was hat das hier Von 2 Damage Chat Ja Da ist Elden Ring Ein bisschen netter Bei Elden Ring Wenn du Waffen Nicht tragen kannst Machst du trotzdem Okayen Damage Damage mit dem Du halt Irgendwie Dich durchkämpfen kannst Durchkloppen kannst Auch wenn es schwer ist Aber Dark Souls Ist da nicht ganz so nett Klingt besser Als 1 Damage Das stimmt wohl Ich habe Seelen Okay Chat Battle on the brick bridge Ich wollte ihn Backstabben Und ihn runterkicken Hat nicht ganz so Funktioniert Ich glaube da unten War auch ein Item Bei dem Magier Kann man Backstabben Mit Waffen Die man nicht benutzen kann Der kommt ja hier hin Ich glaube ich kann Nicht Backstabben Chat Hier war die Kiste Ich bin tot Ich bin sowas von tot Ich bin sowas von tot Robe Fast roll Doch nicht Gegaku Schade Schade Aber wisst ihr worauf Ich hätte vielleicht auch Achten sollen Beim Charakter auswählen Auf Liebe Er hätte vielleicht Darauf achten sollen Dass ich Einen Charakter nehme Der ausgeglichene Stats hat Was habe ich denn Für Stats Ich habe 14 Beweglichkeit Ist eigentlich not bad 14 ist not bad Äh Deathcounter Stimmt Können wir eigentlich auch machen Hab ich gar nicht drin Können wir schnell rein machen Eins Was fehlt mir bei der Waffe denn Stärke Mir fehlt Die Hälfte ist 12 Plus die Hälfte von der Hälfte Also brauche ich 18 Stärke Um das zweihändig zu tragen Check this out Wusstest du Dass das Auto kaputt gehen kann Welches Auto Ähm Ich weiß nicht Ob es sich lohnt Darüber zu jumpen Auf jeden Fall Um das Item zu holen I guess Jo Als hat er mich getroffen hat Okay Seele Bisschen leveln Check this out Mario Maker In deinem View Ich habe keine Ahnung Was du redest Mit welcher Waffe Hast du Platin Run gemacht Chat mit welcher Waffe Hab ich Platin Run gemacht Hab ich überhaupt Platin Run geschafft Stimmt Kristallhelle Bade True Ich weiß gar nicht Ob ich es geschafft hatte Hab ich? Okay Das war irgendwie Ja Platin innerhalb eines Streams Zwei 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 Gleich habe ich ihn Zwei Wie ist die PIN von deinem Bankkonto? Spring! Ich komme leider nicht drüber Hinter ihm ist auch ein Item Ich muss ihn irgendwie hier rauslocken Er kommt Stück für Stück Kommt er raus Klapp ihn gleich Und dann muss ich das In die andere Richtung auch machen Oder ich bringe ihn dazu Dass er hier runterfällt Nein spring doch nicht weg Okay er kommt Komm schon! Was passiert da gerade mit mir? Was? Was? Der Song endet aber auch nicht Okay ich habe ihn gleich Jetzt hat er sich da weiterfaschen Chat ich habe ihn gleich okay? Kann ein bisschen dauern Aber wir haben jetzt fast die Hälfte Zum Glück ist das eine Level 1 Ratte Und kein Level 50 Mafia Boss Denkst du? Das heißt aber Chat Dadurch Das In Dark Souls 1 Die Waffen Absolut kein Damage machen Wenn man sie nicht tragen kann Könnte ich Eigentlich Wenn es doof läuft Mich Softlocken Weiß jemand was die höchste Dex Waffe ist Die es gibt im Spiel? Würdest du also sagen Wir wollen mit Schild spielen? Ja ich hätte gerne ein Schild Was glaubt ihr Wie viele Dex Hatten Also was ist die Was ist Wie hoch ist der Dex Der Waffe Die am meisten Dex braucht Hier ist ja gar nichts Ich dachte aber hier war ein Item 48 Ist das geraten oder Kennst du eine Waffe die 48 Dex braucht? FF Marathons wurde abgebrochen Keine Belohnung Die Belohnung ist 36 Seelen Was habe ich vorhin Von Schlüssel bekommen? Äh Kerkerzellenschlüssel? Ne Ich habe Schlüssel zu den Tiefen bekommen? Ich habe Schlüssel zu den Tiefen bekommen? Oha Voll stark eigentlich Voll stark Also wir sind zwar noch nicht da Aber wenn wir dahin kommen Habe ich schon mal den Schlüssel Voll stark Aber das ist auch Generalschlüssel Ja aber für die Tiefen brauchst du Äh Also Generalschlüssel öffnet Nicht alle Türen Die einen Schlüssel benötigen Es gibt eine feste Äh Bestimmte Türen Wo der Generalschlüssel geht Bei allen anderen Türen Brauchst du einen bestimmten Schlüssel Und der Schlüssel in die Tiefen Den kannst du auch nur Mit dem Schlüssel Für die Tiefen öffnen Ich könnte da noch runterklettern Was ist oben anstelle Vom Riesen Ich habe doch keine Ahnung Von Stat Äh Anforderungen Dark Souls 3 Ich spiele nur Dark Souls 3 Ja vielleicht Ich dachte vielleicht hast du kurz Gegoogelt oder so Ich meine Ist auch nichts was wir jetzt brauchen Aber wäre so aus Interesse halt Da ist auf jeden Fall eine Nebelwand Aber ich will erst die nächste Nebelwand benutzen Wenn ich hier alle Items weggesammelt habe Hier war nur der Bro Ne Ey jetzt mach hier nicht so einen Krawall Google sagt wohl 24 Das ist eigentlich ganz nett Dann wäre Dex bei spätestens 24 durch Und dann machen wir alles nur noch in Stärke So gehe ich jetzt hier runter Versuche hier noch zu looten Wenn es hier noch was gibt Überlebe ich das überhaupt? Ne ne das überlebe ich gar nicht Ich dachte man konnte hier runterklettern Irgendwie dachte ich man kann hier runterklettern Aber man braucht wahrscheinlich diesen Spell Mit dem man keinen Fallschaden bekommt Oder wenig Fallschaden bekommt Okay dann habe ich denke ich mal Alles Wir können jetzt runterjumpen zum Bonfire Smoges Waffe hat 58 Stärke Was das höchste Strength Level ist Ja Stärke ist ja dann nicht mehr ganz so schlimm Weil Stärke können wir ja Runter ein bisschen rechnen Weil zweihändig Aber Dex Ist schon mal ganz wichtig Weil viele Waffen Natürlich brauchen ja Base Dex Und 24 zu hören Dass die Waffe mit dem höchsten Dex Anforderung Nur 24 ist Ist schon eigentlich ganz nice Was ist nochmal Gerandomized Alles Ich benutze das Bonfire nicht Damit ich wieder oben sein kann Wir müssen kurz testen Wie ich das eingestellt habe Mit den Nebelwänden Habe ich sie beidseitig eingestellt Oder nur einseitig Okay Scheiße Wir sind im DLC Ich benutze noch kein Bonfire Ach das ist die Seite vom DLC Wow 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 Das ist der Start des DLCs Dann können wir diese Nebelwand abhaken Oh Ich kann ihn so mit der Falle töten Oh Der kann mich auch so töten Kann ich den irgendwie hier rauslotsen Und dann töte ich ihn mit der Falle Moin Meister Ich kann auch mit der Waffe nicht treten Jetzt Also solange ich die Waffe nicht benutzen kann Kann ich auch nicht treten Ja komm Ja fein Ja fein Ja komm Er hat mich durch die Wand getroffen So jetzt Ha Chat wir grinden hier Hier werden jetzt Seelen gegrindet Oh mein Gott Chat was passiert mit mir Ich wollte gerade Runen sagen Oh nein Oh nein Oh nein Ich glaube Ich sollte jetzt erstmal Sehr sehr lange Zeit Kein Elden Ring mehr spielen Ich bin ziemlich enttäuscht Ja ich bin auch gerade recht enttäuscht von mir Überlebt man das? Nice Denk dran deine Runen an der Grace auszugeben Verdammt 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 Elden Ring hat mich kaputt gemacht Juhu Noch ein Beschleuniger Ja so früh wir alle Beschleuniger bekommen desto besser Dann haben wir alle weg So wo droppe ich mich am besten? Gibt es noch irgendwo ein Item? Der hat doch bestimmt irgendwann keine Blitzspere mehr oder? Nein 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 Ach komm schon Bing bong bong bing bong Ich habe auch Peggels gespielt Ich meine ich muss da theoretisch nicht runter Aber Wäre schon cool wenn ich irgendwie eine Waffe finde Mit der ich wenigstens Damage machen kann Bevor ich jetzt durch die nächste Nebelwand gehe Oder vielleicht irgendwie Seelen finde Ich habe halt die zwei Ich weiß nicht ob die mir so viel Level geben Ich bräuchte theoretisch sechs Level Damit ich diesen Speer benutzen kann Ja ich hätte auch gerne die Paija wieder Boah Boah Kino Wie knapp das war Wer ist hier? Da ist irgendwie niemand Hier ist niemand Sollten hier nicht Gegner stehen? Okay das sind die Gegner Ja der ist ja big Oh Zauberei Fluchabwehr Oh die Gegner hier sind doch ganz nett Die sind nicht so schnell Nicht so aggressiv Was machen die Geister? Wenn du in die rein rennst Kriegst du Schaden Kontaktschaden Okay da unten war ich ja vorhin Wir gehen erstmal den Weg wieder Nein was mache ich? Ich habe mich verklickt Lol Ich habe die Tore bei mir nicht gezählt Zwei Stück Ich weiß gar nicht ob die Geister angreifen können Ich glaube die rennen einfach nur in dich rein und machen Damage Ich glaube die haben keine richtigen Angriffe oder? Ja irgendwann spiele ich bestimmt Achso Krono Cross Ich dachte ich habe irgendwie Krono Trigger gerade gelesen Ich wollte sagen irgendwann spiele ich bestimmt Krono Trigger Irgendwann Ich wollte ja eigentlich 2024 zu dem JRPG Jahr machen Und endlich mal einige JRPGs nachholen Die ich unbedingt spielen will Ich glaube ich habe dieses Jahr Nur Final Fantasy 7 Remake gespielt Das war es An JRPGs Und wir haben Juli Also Rebirth halt ne Nicht das erste Oh da ist jemand runtergeknallt Wir haben schon August Fuck Verdammt Stopp Es ist Merz So Keine Kugeln Sehr angenehm Wirst du aber Metapher spielen Wenn es in ein, zwei Monaten kommt Ich hoffe Ich habe Final Fantasy 14 auch immer noch nicht weiter gespielt Ich habe anstelle Final Fantasy 14 Ich habe mir Spielzeit geholt Irgendwie drei Abende gespielt Und dann andere Spiele gespielt Ich weiß ja nicht wo ich zuerst hingehen soll Dann habe ich jetzt die letzten Wochen die ganze Zeit so ein Rätselspiel gespielt Auf der Switch Was ist mit mir geworden? Ich habe auf der Switch gespielt Jetzt habe ich es jetzt durchgespielt Und dann dachte ich mir Jetzt spiele ich Final Fantasy weiter Und habe jetzt doch Was anderes angefangen Weil ich keine Spielzeit mehr habe Ich dachte ich habe noch Spielzeit Starte Spiel sagt mir doch es keine Spielzeit Dann dachte ich mir Ach komm scheiß drauf Ich spiele was anderes Und habe jetzt Outer Wilds angefangen Jetzt spiele ich erstmal Outer Wilds durch Du bist alt Nicht nur auf der Switch Sondern auch Rätselspiele Rätselspiele spiele ich immer Scheiße die Stacheln Rätselspiele spiele ich immer Ich liebe Rätselspiele Ach du Scheiße Was ist denn der hier? Nee kein Layton Hier konnte man runter Für nichts Okay Irgendwie dachte ich hier wäre was Aber das war bei Dark Souls 3 glaube ich Ich wollte mal wieder so No Man's Sky spielen Macht Spaß Aber habe gerade noch mit Skyrim VR zu kämpfen Mit äh Spicy Mods Aber ja jetzt schon Wenn ihr ein Rätselspiel haben wollt Ich kann es euch empfehlen Lorelei Weiss And the Laser Eyes Gibt es auf der Switch und PC Okay geile Hose Stark Ist quasi Resident Evil Aber mit Rätseln Also ohne Kämpfen Du bist in so einer großen Villa Und Um zu progressen Musst du halt Rätsel lösen Und hast halt so ein bisschen so Metroidvania mäßiges Aufbau von der Villa Wie halt auch bei Resident Evil Aber Schlüsselitems und so Kram Findest du alles nur durch Rätsel So End of Point Und Clickbar ist Nee nee Du steuerst schon richtig In 3D Und das hat dann auch so viele Spielereien Weil du dann Weil es dort halt So um Digitale Kunst teilweise geht Musst du dort im Spiel Spiele spielen Und dann ist das so oft So auf Retro angelehnt Mit PS1 Grafik und so Ist schon ein sehr kreatives Game gewesen Ähm I guess Wir springen jetzt da runter Obwohl Warte Ich geh nochmal hier lang Äh Spieler ist Lorelei Weiß Äh Weiß Also Weiß wie die Farbe Lorelei Weiß And the Laser Eyes Okay Hier ist ne Nebelwand Äh Ich glaub ich hab alles Weggelootet Oder Chat Nee warte Ich kann noch Mich droppen lassen Ich hab mir 800er Modpack geholt Und da war das drin Es sieht alles so viel besser aus Als wenn ich es selbst gemacht hätte Also hast du ne spicy Erfahrung Also bist du nicht begeistert von Äh Hellblade 2 So hier haben wir noch ein Item Alter Einfach Nitos Zauber bekommen Ne leider nicht Schade 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 Bin auch noch nicht sicher Ob ich es spiele Weil ich muss eigentlich noch den ersten Teil spielen Aber ich hab keinen Bock den ersten Teil nochmal zu spielen Funkelt hier denn nie zwei Stück? Und so wie ich mich kenne Werde ich wahrscheinlich niemals Hellblade spielen Sogar enttäuscht Ach du Scheiß So dass es so bad war Die Katze hier Eieiei Ja wir machen jetzt die Wand da auf Ohne die Kugeln Chat Mit diesem coolen Glitch hat das Ey der hat sich eingesperrt Chat Hä jetzt kommen doch Kugeln auf einmal Wo kommen die Kugeln auf einmal? Hä? Es gibt doch gar keine Golems Hier die Kugeln schieben Ich glaube Wenn man hier ist Werden die Golems Äh Also hier Wenn hier Kugeln rollen Ist das egal Ob ein Golem da ist oder nicht Wahrscheinlich erst mal Wenn man weiter geht Dann werden es die Golems geladen I guess Ist das nicht automatisiert Durch die Burg Die fallen doch aus der Decke Ne ne Oben steht ja auf dem Dach Steht ein Typ Und wirft die immer dann Legt die immer da rein So ich weiß Ich weiß nicht Chat Wie das funktioniert hier Aber Irgendwie so So Und dann so Geht das noch Oder wird das gepatcht Im Remaster Ne Weiß jemand wie das geht? Weil dann Irgendwie geht die Wand ja kaputt Wenn man so Spawnt Ich habe das immer bei anderen gesehen Aber keine Ahnung Ob man da irgendwie Bestimmt In bestimmten Winkel stehen muss Weil ich drehe mich immer um Und stehe wieder so Und nicht an der Wand Ich stelle mich mal so hin Weil da werden auch noch Items drin Aber ohne Kugeln kann ich da nicht rein Hm Ohne Kugeln komme ich da nicht rein Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht dass da jetzt irgendwie Key Items drin sind Ich meine du kannst normalerweise Nicht nah genug an der Wand Transpawnen Weil der Boden da als unsicher Grund gilt oder so Aber ich habe gesehen wie Leute das machen Dass die irgendwie Irgendwie sich hier hinstellen Dann sich irgendwie ausloggen Einloggen Und dann geht die Wand kaputt Vielleicht so in der Animation Oder so Ne Keine Ahnung Ich hoffe einfach Da sind keine Key Items drin Warte ich töte mal den hier Perfekt Geiler Helm Ich habe schon Drip ne Und Fat Roll Scheiß ich bin zu langsam Ich bin zu dick Konnte man jetzt Oh nicht oben das Ding drehen Wenn gerade Kugeln kommen Ja aber wenn ich wieder hochgehe Hm Hm Moment stimmt Wenn Wenn man ja unten ist Und die Kugeln trotzdem kommen Obwohl kein Golem da ist Dann zählt vielleicht trotzdem die Drehung True Kannst du dich bewegen Ja Hab ihn Ich habe nichts in meinem Leben erreicht Stark Gefühle ich Junge die stehen da Als wären die hier perfekt Als wären die hier von Miyazaki selbst platziert Ja wir können gleich das nochmal mit den Kugeln probieren Ansonsten Komme ich hier nicht raus Nein Hör auf Ich habe eine dicke Rolle Lass mich kurz looten Ich habe kein Trink mehr Ritter 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 Oh Nein Nicht doch mal eine Rolle Ich wollte rennen Ich wollte rennen Renn Er folgt mir oder Er folgt mir Er ist runtergefallen Haha Ich lebe Okay Chat Kurz Musikpause Ich habe keine Heilung Ich habe keine Perspektive Wie komme ich Am besten jetzt zum Bonfire Hast du eigentlich schon den Silberschlangenring geholt Äh ich spiele hier einen Randomizer Den gibt es hier nicht Der wurde weggerandomized Da lag irgendwas anderes Ich weiß nicht mehr was Ich glaube da lag sogar der Schlüssel für die Tiefen Also was eigentlich was sehr wichtig ist Ich glaube wenn ich hochlaufe ist dann Am einfachsten zum Bonfire zu kommen oder? Ne fuck Hier ist eine Nebelwand Ich komme nicht mehr hoch ohne Nebelwand Oder Chat Fuck ja Wir gehen mal hier rein Junge was Schon wieder Mausoleumsgarten Jetzt die andere Seite zum Boss Ja die 3000 Runen Runen Oh mein Gott Er sagt Runen Ich bin verloren Okay ich bin auf der Seite Jetzt wichtige Entscheidung Ich kann jetzt eine Entscheidung treffen Die mir den ganzen Run kaputt macht Ab jetzt Ich brauche für ein Level Up Wie viel brauche ich für ein Level Up Chat Wo steht das? Wird das in Dark Souls 1 angezeigt? Wie viel man braucht? Bin mir gar nicht sicher Das Ding ist War das nicht einer dieser tollen Dark Souls 2 Ideen Die dann nicht weitergeführt wurden? Ne in Elden Ring wird dir angezeigt Wie viel du brauchst für ein Level Up Das Ding ist Chat Wenn ich mich Hier hinsin setze Ich meine einfach Dreieck drücken Habe ich eigentlich gerade gemacht? Dann kommt das hier Und hier steht es halt auch nicht Wenn ich mich jetzt hier hinsetze Chat Dann kann ich leveln Dann könnte ich jetzt ein paar Level reinballern In Stärke Ich habe auch noch hier noch eine Seele dabei Drei Ritterseelen dabei Das würde vielleicht für sechs Level reichen Sodass ich diese Waffe zweihändig benutzen kann Und dann machen wir Damage Das Ding ist aber Wenn ich mich jetzt hier hinsetze Habe ich mir Den hinteren Teil von Sands Festung Vorerst Vorerst Weggesperrt Ich werde dann eine Zeit lang nicht mehr Wieso? Naja Weil ich von hier aus In Sands Fortress rauskomme Wo die Kugel runterrollt Und ich komme ja nicht weiter hoch Weil die Nebelwand portet mich ja eben nach hier hin Wenn ich aber jetzt sterbe Weil ich noch keine Bonfires benutze Wenn ich jetzt sterbe Spawne ich ganz am Anfang des Runs Und bin wieder in Sands Fortress oben Ja komm Chat Wir bleiben hier Hier gibt es viel zu looten Wir bleiben hier Warte Ich guck mal wieviel ich leveln kann Oh mein Gott ich drücke mal Y Wir bleiben hier So Der Run ist ripped So Theoretisch kann ich jetzt die Waffe benutzen Für den Fahrstuhl bei Sands Fortress Musst du durch die Nebelwand oder? Ich weiß halt nicht Wohin der Fahrstuhl Fährt Ne Ist da hinten bei der Kiste Wo normalerweise dieser Hartstallring ist Ist da auch ein Fahrstuhl? Ist eh zu spät Obwohl Ne ich kann ja immer noch zurück Ähm So Wir können die Waffe benutzen Chat Ich mach Damage Mal gucken wie lange Hartstallring heißt ja nicht so Also da wo normalerweise Von oben Ja ich geh jetzt einfach nur zum Fahrstuhl zurück Ich könnte noch weiter theoretisch leveln Aber ich glaube ich lass es erstmal Warte wie viel Level brauche ich Äh wie viel Seelen brauche ich Ich hab Seelen gesagt Äh ich brauche nicht viel Ich glaube die reicht aber nicht oder? Doch reicht perfekt So 20 Stärke Hey John was geht ab Du meinst Blutechos Oh Junge Weiß nicht Äh ne nützliche Was Wäre es nicht Nützlich eine kleine Liste zu führen Mit den Ports Um nicht die Orientierung zu verlieren Ja nützlich schon Aber Wir machen das halt zusammen Aus dem Gedächtnis Jo der Dash So gab es hier einen Fahrstuhl? Ne ne Genau Hier gibt es keinen Fahrstuhl So Das heißt ich komme in den oberen Teil Der Festung halt nicht mehr hin Das heißt wir müssen jetzt erstmal Im DLC weitermachen Unten ist das Tor zu Ich kann die Wand nicht kaputt machen Ja wir müssen im DLC weitermachen In Code Wayne hab ich keine Ahnung wie die heißen Bestimmt irgendwie Wifo Points oder so Ja wenn wir hier eine Liste führen Dann müssen wir die ganze Zeit hin und her wechseln Zwischen Liste Und dann sind wir die ganze Zeit Fokussiert auf Liste Und So sind wir einfach die ganze Zeit im Game Und müssen einfach Müssen einfach mit dem arbeiten Was uns das Spiel gibt Und Gehirn benutzen Ist geiler Okay Was geht im DLC ab? Der Wald wird wahrscheinlich mit dem Randomizer Ziemlich scheiße Aber hey Mal schauen Schon gar kein Bock mehr Schon gar kein Bock mehr Wieso ist der dieser goldene Typ? Boah 81 Damage Jo die sind ja voll schwach Okay Alles gut die Chat Ich wollte alles gut die sagen Opfer Die sind easy Die machen gar nichts Lachnummern Die ziehen eine Lachnummer Das heißt wir können hier jetzt Eigentlich richtig geil alles Platten Und alles abfarmen Schön alle Items mitnehmen Okay der ist stark Der ist auch Trotz Skalierung glaube ich stark Ja Weil die haben Ultra viel Leben Normalerweise Okay Also so eine Ohne 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 so eine Schnelle Rolle Ist das gar nicht mal so geil Muss ich sagen Oh Chat wie sprintet man nochmal in Dark Souls 1 War das nicht B Er hat die ganze Zeit gerollt Ich hab die ganze Zeit B gehalten Er hat trotzdem gerollt Sprint gibt es erst am Bloodborne Ich glaub das ist eine Lüge Ich sprinte gerade Ja wir machen vielleicht doch nicht den ganzen Wald Vielleicht nur ein paar bestimmte Gegner Königlicher Wald Königlicher Wald Okay pass auf Chat Ich mach den geilen Sprintangriff mit der Waffe Das war nicht der geile Sprintangriff Habt ihr gesehen wie geil der war Keine Ahnung woher die Musik kommt Ist jetzt weg leider Aber wie es aussieht Ja Shadow Fight 2 Ich hab keine Ahnung was Shadow Fight 2 ist Bei Dark Souls 1 ist es Wenn man anvisiert Dann rollt er trotzdem Ah okay Man kann nicht rennen bei Dark Souls 1 Ja ich bin zu sehr gerade in Elden Ring drin Was Messer Was Messer Dieser Sprint Keine Ausdauer Oh der kommt trotzdem War ein Dark Souls 2 random Also ich bin 5 Minuten gerade in diesem Run drin Ich bin auch sehr weit davon entfernt Mir überhaupt die Gedanken zu machen In dem nächsten Run Und ich weiß gar nicht Ob Dark Souls 2 so Geil ist Vergiftung stark Stark Weil ich glaube da gab es nicht so viel Support Für Randos Da gab es nicht so viel Support Ja Dark Souls 2 hat keinen richtigen Randomizer Da hat man nicht so viel Möglichkeiten Ich renne so langsam Hab ich den Tod gerade gezählt Ich glaube nicht Der Schiff ist jetzt eigentlich voll breit und muskulös Du hast doch uns verlassen Und hast gesagt du gehst jetzt ins Gym Bist du jetzt komplett breit eigentlich schon? Waschbrettbauch schon Ich bin so breit man Ey dieser eine Gegner hier ne Macht mir das ganze Gebiet hier zur Hölle jetzt Ich weiß nicht wie viel Loot es hier in diesem großen Drecksloch hier gibt Steine Geht runter Entfängerzauberei Schnell schnell weg bevor ihr runterkommt Ich vergesse immer wieder Was hier so die Route normal Oh Fliege Ist das ne Fliege oder ist das ne Wespe? Bin ich sicher Jedes Mal bin ich verwirrt wie hier nochmal der Weg war Ich glaub einfach hier runter zu der Brücke I guess Da ist ein Schwein Scheiß auf die See Da sind nur 400 Und dann hier rüber Oh mein Gott Wieso hat das kein Sound gemacht? Ja moin Kannst du gehen? Danke Scheiße Also ich hab mehr Muskelmasse unter dem Fett Falls es dich glücklich macht Alter Maschine Er hat einfach Muskeln Wer hat denn Muskeln? Ist schon Flex Er droppt einfach Er hat Muskeln Er wehrt sich einfach gegen die Evolution Wir als Menschen Werden doch immer mehr und mehr Zu Zu einer fleischigen Schleimmasse In 500 Jahren sind wir Haben wir keine Beine Arme mehr Wir sind einfach nur so Schleime Und Dash wehrt sich gegen die Evolution Noch einer Und jetzt ist immer noch derselbe Bitte lasst mich doch in Ruhe Er hat wirklich Schleimster Gegner In meinem Randal Ich kann ja durchaus jetzt nicht vernünftig hier kämpfen Oh Schade Wir sind dann die Schnecken Ausumaki Nein 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 sind wir nicht Die sind ekelhaft Ich will lieber geiler Schleim sein Was redet dieser Mann da? Ja Du schläfst noch Du schlafscharf Wach endlich auf Und realisiere die Wahrheit Die uns alle erwartet Äh ja Theoretisch kann ich Rüstung kaufen Ja Also so habe ich es auch bei Elden Ring gemacht Mal kurz auf Nummer sicher gehen Ob hier noch irgendwas war Ich bin tot oder Ja Ich werde von oben kommen Ich werde von oben kommen Manchmal können wir uns einfach nicht wehren Wir müssen es einfach hinnehmen Wenn du dich dagegen wehrst Dann entwickeln sich alle weiter Aber du halt nicht Und dann kommst du nicht hinterher Und dann Keine Ahnung Chat Wieso habe ich maximal das Leben verloren? Bin ich gerade durch Ein Fluch oder so gestorben? Junge der ist zauber Das Ding ist Wenn du dich halt wehrst Und wir immer mehr und mehr zu Schleim werden und du nicht Dann kriegst du irgendwann auch keine Jobs Weil die Stühle und so Werden dann natürlich angepasst Für uns Schleimmenschen Die Türen werden für uns angepasst Schleimmenschen Und dann kommst du halt nirgendwo mit Deine Freunde wollen mit dem Bus irgendwo hinfahren Du kannst nicht mitkommen Weil Busse sind in Zukunft Aber nur noch so Rohre Wo du dich reinquetscht Dann Wirst du so weggesaugt Zu Punkt B Wo du auch hin willst Und dann gehen alle in den Club In den Schleimclub Und du musst halt laufen Allein schon da Sozial bist du dann halt auch sehr sehr Bist du sehr ausgegrenzt Vielleicht nicht unbedingt ne Weil die Stühle nicht mögen Aber weil halt die Technik In eine Richtung geht Wo du nicht mehr mitmachen kannst Junge der Song Also man muss Schleimer sein Um einen Job zu bekommen Nein, 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 nein Ein Schleimmensch Ich habe einen falschen Knopf gedrückt Zum Springen Weil ich das glaube ich Noch einstellen muss Ich habe Stick gedrückt Ja, dann laufe ich zum 20. Mal dahin Wo war die Einstellung nochmal? Konnte man das nicht einstellen In dem Teil? Im Remaster? Ich glaube, ja Springen Der ganze Song macht das noch besser Haben die Schleimmenschen Dann irgendwelche coolen Fähigkeiten Ja, du passt halt überall rein Du kannst überall reinquetschen Und dadurch, dass wir ja dann keinen richtigen Körper mehr haben Sondern quasi nur Ein Gehirn sind Mit ganz viel Fleischmasse Kannst du dich halt warpen Weil wenn du dich jetzt warpst Und dann kommst du irgendwo bei Punkt B an Dann wirst du natürlich Falsch zusammengesetzt Wenn du Pech hast Hast du dann halt Keine richtigen Beine, Arme mehr Und kannst nicht mehr vernünftig laufen Und wenn du halt ein Schleim bist Dann portest du dich halt Von Punkt A nach B Und bist halt immer noch ein Schleim Werden Tiere zu Schleim? Ne, in der Zukunft gibt es keine Tiere Wir essen ja hier alle weg Äh, Entschuldigung Kennt ihr dieses Blobby Game Wo man dieses Beach Blobby spielt Und dann links und rechts so ein Blobby ist Und dann springt man die ganze Zeit hoch Und mal zum Ball hin und her So sehen wir aus in Zukunft Blobby Volley, genau Ach komm schon Ich bin halt so langsam Oh mein Gott Da ist der Shortcut Glaub ich Ich lebe Ich lebe Schnell weg Vielleicht ist es ganz gut Dass du nicht darauf bescheidst Und nicht nachdenkst Autsch Autsch Arschloch Hier ist der andere Shortcut Ja Wohin gehen wir Erstmal hier looten Ich bräuchte halt irgendwie eine andere Hose Das wäre halt stark Ein Ring der Sonnenprinzessin Nice Ich brauche irgendwie eine andere Hose Ja genau Es gibt auch keine Fortpflanzung Weil Wir In der Zukunft kannst du dein Designer Baby craften Hallo Bloodborne Okay Kleine Scherben Große Scherben Für sehr wenig Geld Sehr nice Sehr sehr nicer Shopchat Auch hier wieder Sehr easy Sehr easy Obwohl der verkauft die nur drei Stück Okay das ist doof Aber die hier Die großen Scherben Unendlich Für 500 Das ist ein sehr guter Preis Sehr sehr guter Preis So Shortcut Also wir haben in Sands Fortress Funkeltitaniten sehr günstig Und eine Scholle sehr günstig Hier haben wir schon mal die mittleren Steine Sehr günstig Jetzt brauchen wir nur noch einen Shop Für die kleinen Steinchen Und dann geht's ab Und dann wenn ich eine neue Waffe habe oder so Ein paar Gegner töten Ein bisschen grinden Ein paar Seelen sammeln Und dann zack 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 Du kannst ja auch deine echte Freundin craften Ob sie dich dann liebt ist was anderes Okay wo komm ich raus Okay hallo Ja Moment kurz Äh das ist jetzt ein bisschen doof hier Äh jetzt mit Dicker Rolle ist schon ein bisschen Nicht so geil Also Damage mäßig und so Okay Der Boss ist an sich auch okay Den kann man ganz gut dodgen Aber Mit einer fetten Rolle Schwierig Scheiße Scheiße Der müsste die auch unter dich verkaufen Du hattest nur drei kleine Scherben Achso Oh okay Ich hab's dann falsch geschaut Ich seh's schon kommen Ich werde jetzt ganz viele Äh ganz viele Shops finden Wo wir die Steine und sowas Alles herbekommen Aber Werde Einfach Nicht Den Weg zum Schmied finden Äh wie viel Gewicht hab ich denn gerade Theoretisch könnte ich mir jetzt die Seelen rein Reimballern Chat Und ein bisschen in Kondition reinleveln Dass ich vielleicht eine mittlere Mittlere Rolle habe Nein ich mein nicht runen Ja ist jetzt der Gaping Dragon auf der Brücke So Ähm Ich habe 29 Belastung Zieht doch einfach die Rüstung aus Oh lol Stimmt Du hast recht Ich bin ja voll dumm Ähm Das heißt Weniger als die Hälfte ist 59 ungefähr So Hä Ich kann nicht rechnen Chat 29 plus 29 Ist doch Ach es ist 29,6 Oh no 29,6 Mal 2 Dann bin ich bei 59,2 Ich habe 0,2 Belastung zu wenig Dann hätte ich eine normale Rolle Das ist Sims Musik Ja Äh ja Wir können theoretisch ein paar Gegner töten Dann habe ich ein paar Seelen Oder habe ich Neu bekommen Können ein paar Gegner töten Dass ich ein paar Seelen bekomme Ich gucke mal kurz Wie viel brauche ich für Level up Und dann habe ich ein Level In Kondition Und dann kann ich normal laufen Dann können wir den Gargoyle besiegen Mal gucken Wie viel ich griden muss Griden in einem Dark Souls Oh man ey 2200 brauche ich Zieh einfach dein Shirt aus Ne Dann sieht man schon Dass ich Was Die Schleimmenschen Evolution angeht Schon einen sehr sehr großen Schritt Nach vorne getan habe Und momentan werden ja noch Schleimmenschen sehr ausgegrenzt Und diskriminiert Und ich möchte das nicht Die geben viel zu wenig Chat Nein du darfst nicht Meinen Schleim untersuchen Okay der gibt 200 Ich will halt nicht Gegen diesen komischen Gegen dieses komische Seemonster kämpfen Mit dieser Scheißrolle Aber egal in welche Richtung Ich gehe Kommt er Oder ich gehe zum Shortcut Fahr mit dem Fahrstuhl runter Und gehe Richtung Kalamed Und bekämpfe dort die Gegner Vielleicht sind die dort Angenehmer Und farme dort meine Noch 2200 Seelen Brauchst du dich Für uns verstecken Du Schleimi Folgt er mir schon? Also RIP ist nice Jetzt aber nur vernünftig rollen Das wäre geil Ich meine da hinten liegt auch noch ein Item Generell liegen ja hier ein paar Items Äh der Weg nach unten So wer läuft hier entlang? Der ist doch vorhin jemand entlang gelaufen Oder? Die geilen thicken Beine Mag ich ja Ist geil ne? Ist hier nicht jemand vorhin entlang gelaufen? Ah! Meine Seelen! Ich steilfe einfach vorbei Chat Pikachu greift mich nicht an oder? Pika! Pika! Er hat mich nicht gesehen Drachenwappenschild Let's go! Ich kann blocken Und brauche jetzt noch mehr Gewicht Wie viel Gewicht habe ich jetzt? 30,6 Ja okay 30,6 Heißt ich brauche Jetzt 31,2 Äh 31,2 61,2 Und ich bin jetzt bei 59 Das sind jetzt wieder 3 Level in Kondition Ich kann ihn nicht anvisieren Chat Achso ich bin noch im Menü Ja ich glaube ich muss mit der dicken Rolle spielen So Pikachu muss sterben Aus dir wird kein Reitschuh mehr 300 Okay So was haben wir so schönes hier unten One hit Nice Daxus 1 Autocad Brando ist immer Fat Roll die meiste Zeit Ja jetzt habe ich ein Schild Jetzt ist das okay Ich brauche Ich kann halt nur die Waffe nicht einhändig halten Ne Wenn ich sie jetzt noch einhändig benutzen könnte Dann wäre stark Ja wir checken einfach mal was hier die Nebelwand sagt Weiß jemand wie viel Kondition brauche ich Um Havels Rüstung zu tragen Und keine Fat Roll zu haben Weiß jemand wie viel Kondition Ungefähr das ist Ne ohne Waffen Einfach nur dicke Rüstung Einfach nur Havels Rüstung Allein nur diese Rüstung Oh wow Oh wow Schleim Menschen müssen sich auch nicht mehr waschen Paladin Stulpen Noch mehr Gewicht Ah Moment Noch ein item Welkers Degen Ja Vorbei Chat Ripp Das war's Noch ein item Grauer Brocken Ja Ripp Ähm 16 Glaube Ripp Chat Jetzt haben wir wirklich ein sehr großes Problem Also jetzt haben wir wirklich ein sehr sehr großes Problem Alter ich mach damage Jetzt haben wir ein ultra großes Problem Ganze Rüstung wiegt 50 Bei 60 Endurance haben wir 100 Equip Load Aber es gibt ja noch den super tollen Ring Havels Ring Bäm Aber wie halten wir uns dann sauber Ähm Brauchen wir gar nicht Wir sind Schleim Schleim wird nicht dreckig Aber Die Waffe ist wiegt weniger Weil wir schwitzen ja nicht mehr Wir müssen nicht mehr kacken Wir müssen nicht mehr essen Chat Konnte man in Dark Souls 1 die linke Hand zweihändig nehmen Könnte man in Dark Souls 1 die linke Hand zweihändig nehmen Ging das Ich bin gerade verwirrt Ich glaube nicht ne Fuck Also können wir auch kein Schild Run machen Hau Schwanz 4 Damage Was halten wir von 4 Damage? Kurze Nachdenkpause Also wenn ich zurückgehe Bin ich in Sands Fortress Wo ich keinen Weg habe Nach oben Wenn ich in die Richtung gehe Dann kann ich nur Dann kann ich nur Zum Gargoyle Das heißt ich bin fucked Oder? Für was willst du ein Bingo machen? Also ich kann theoretisch zwei Level noch leveln Woher weißt du eigentlich so viel über Schleim Menschen? Zeitreisender Ich könnte theoretisch zwei Level leveln Und diese zwei Level in Beweglichkeit reinsetzen Und vielleicht mache ich dann weniger als 4 Damage Ansonsten Äh die hat nen Shop Die verkauft was Die verkauft sehr günstigen Seelen Die holen wir uns gleich Ansonsten hat die auch sehr günstig Scherben Grober Brocken leider sehr teuer 10.000 Und ein Eisenrundschild Ja wir holen uns mal die Seelen Ja ich könnte zwei Level in Beweglichkeit reinsetzen Mit der Hoffnung Dass ich dadurch Mehr Damage mache Weil dann fehlt mir für die Waffen nur noch Glaube Vielleicht mache ich dadurch mehr Damage Aber ich muss jetzt irgendwie den Gegner hier töten Mit 4 Damage Und bei dem mache ich wahrscheinlich 8 Taktischer Rückzug Ich muss kurz Äh Nochmal meinen Plan überdenken Vielleicht andere Händler Ja der Der Händler in Sans Fortress Da komme ich nicht mehr zurück Und der Bloodborne Händler Hat glaube ich keine Waffe verkauft Also wie ich schon sagte Wenn ich Sobald ich mich Hier an dieses Bonfire setze Dann kann es sein Dass ich sehr schnell vielleicht stuck bin Und das haben wir jetzt Ich muss ihn irgendwie Den töten Warte Wir gehen in die andere Richtung Da kann ich Gegner glaube ich Leichter töten Ich weiß nicht Ob die limitiert sind Das ist jetzt das Was ich herausfinden will Wenn es da oben ein Item Da oben ist ein Item Chat Morgenstern Morgenstern Ja wir haben ein Morgenstern 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 Ja wir haben Morgenstern So Let's go Abfahrt Zum Glück habe ich es vorher nicht gesehen Ähm Dann lass mich kurz die Seelen kaufen Wie viel wie viel wiege ich jetzt Bäh Zu viel Boah Damage OP Fand den Mittagsstern immer besser Was hat dir so besser gefallen Am Mittagsstern Die Aura Ja kann ich verstehen Ist aber Objektiv falsch Aber ja Okay Ich habe keine Chance Ich Gebe auf So Dann gehen wir mal kurz shoppen Mal gucken Ob das unendlich ist Wenn das unendlich ist Haben wir gewonnen Der Mittagsstern Hatte schon Seinen Kaffee Geklaut Ich kenne nur den Stern Der deinen Namen trägt Ne ist nur einmal da Das auch Okay Ähm Näh 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 2000 Und 5000 Näh Es könnten zwei Level sein Also sind es zwei Level wahrscheinlich. Ich glaube, ich müsste jetzt eine Mid-Roll haben. Ich kann, glaube ich, nicht mathematisch etwas erreichen in meinem Leben, oder? Ich brauche noch eine Kondition mehr. Wie viele Seelen brauche ich dafür? Eins, zwei. Ja, ich denke, es läuft darauf hinaus, dass ich... Also ich mache das jetzt noch... Ich mache jetzt den Einkonditionspunkt noch rein, dass ich eine normale Rolle habe für den Gargoyle. Und danach, glaube ich, muss ich mich damit ab... muss ich mich damit zufriedenstellen, werde mich damit abgeben, dass ich wahrscheinlich den ganzen Run mit einer Fat-Roll spielen werde. Und das war's. Okay. Starker Gegner. Er macht nichts, er steht. Bedrohlich! Er ist zu stark für mich! Okay. Ab ihn. Zwei Seelen. Hm. Interessant. Du bist so ein Versager. 266. Stonks! Das war ein Trailer! Er ist runtergefallen. Wie viel hat er gegeben, Chat? Okay, er ist auch tot. Circa 300. Hm. Not bad. Not bad at all. Stimmt, ich könnte noch hier runterjumpen, by the way. Da haben wir noch ein bisschen was. Theoretisch zum Looten. Ich höre dich wieder... Oh, Loot! Na! Es wurde sekündlich immer schlimmer und schlimmer. wieso habe ich wieder maximales leben verloren was mache ich das sind dachs für zwei randomizer jp ist gerändern meist 166 nein okay hier fahren wir sehen hier können wir immer zweimal 166 166 seelen for free wollen ja meine seelen meine schönen seelen jetzt brauchen wir nicht mehr 1300 sehen jetzt brauchen wir 2800 sehen ja gut wenn ich jetzt eher wieder auf null bin dann kann ich auch kurz was riskiges probieren und noch eine wahnsinnsfahrt ich beschwöre gleich dämonen die mir kraft geben wei 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 oha seht ihr chat ich habe mit meiner zauberei in den abgrund befördert habt ihr das gesehen ist doch voll krass okay moment ich probiere mal den auch wei 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 es kam aus dem nichts einfach feile geflogen auge des todes ich kann irgendwie zaubern mit meinem morgenstern okay so einfach durch rennen sag dreimal schnell paracet eef paracet eef paracet eef ja das dritte mal war ein bisschen abgehakt so jetzt überlegt vielleicht noch runter zu jumpen hier gab es kein item soll ich schon mal kurz runter was machst du denn hier bitte weiß ich kann mir echt nicht erklären wieso ich wieso mein maximales leben gesunken ist ich kann mir das echt nicht erklären keine ahnung super wird ich hab zuviel vier umarmt ja der ellenring debuff hat sich übertragen ich hab kein curse und curse in dark souls 1 sicher dann würde ich ja viel mehr weniger leben also viel mehr weniger leben haben viel weniger leben haben aber ja okay da axt man ich hab fett roll ich hab's vergessen ich wollte dodgen chat okay der ist sehr tanky ich will ihn doch nur backstabben ja ohrschloch rein so geile damage nicht oh was jetzt beten 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 kommt schon trau dich und rein der weiß nicht was mit ihm geschieht ne 400 stark scheiße das ist echt wenig ich weiß nicht ob kleidungsstücke verfluchen können i don't know aber ich habe eigentlich jetzt keine kleidungsstücke irgendwie die besonders sind in der ring habe ich auch eine sonnenprinzessin ring äh der ring das ist doch der der mich immer so über zeit heilt oder verstärkende wundersynergie okay ähm ja und hier runter naja ich hätte weit unten bleiben sollen dann hätte ich mich da hätte ich mich da noch umschauen können jetzt muss ich nochmal runterspringen und leben verlieren moment ist der fahrstuhl ofen ofen nee das ist ein anderer fahrstuhl oder nee das ist ein anderer also das heißt anderer fahrstuhl aber das ist ein anderer käfig so äh was haben wir da unten ein pikachu schaffe ich den ohne dass er mich tötet da ist noch ein magma boy okay pikachu weg pikachu geht in ins pokecenter so wo ist das vieh wieso verschwinden alle die hier runterfallen hier war noch so ein pinker lurch der die ganze blitzspere geschossen hat der ist irgendwie auch verschwunden ach der ist da hinten die wollen da hochlaufen oh nein das heißt wenn ich jetzt runterspringe kommen die beide auf mich ja der ist hier Vanilla oder ah wieso guck ich denn weg boah ist das langsam hier nee die kommen nicht die laufen immer noch die treppe hoch versuchen die immer noch die leiter hoch zu klettern junge ich bin so schwach dämon titanit starker drop wichtiger drop wappenschlüssel wofür war der schlüssel nochmal kanalkammer schlüssel ich krieg alle schlüssel grauer brocken jetzt einfach zwei wofür war nochmal der wappenschlüssel chat ohne upgrades macht halt gar nichts damage in dem game ja das das ich komme noch klar damit das ist okay in den archiven nee wappenschlüssel zu unserem herzen so wir spielen auf peus du kannst mir nicht entkommen so drachenstein abfahrt wo sind die anderen gegner stand hier nicht immer drei viecher wo sind die alle hin ähm kurz mal schauen wappenschlüssel verborgener wappenschlüssel um die tür mit einem mächtigen zauber versiegelt irgendwas oder lies ach da ist einer von denen äh i guess wenn die gerandomized sind und trotzdem den loot der eigentlichen gegner hier haben dann müsste er mir was droppen oder er tötet mich er tötet mich er wird mich töten ich habe angst kristalle ach komm schon jetzt wiege ich noch mehr oder ne tu ich nicht jetzt brauche ich wirklich genau ein kondition für eine normale rolle ne ich habe jetzt schon eine okay nice jetzt nur hier lebend rauskommen jetzt gehen wir zum gargäuel ich habe keine heilung und der weg wird versperrt von pikachu und irgend einem anderen blitz pokemon die 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 wo ist der andere freak der andere freak ist weg Ja, Tangela ist auch da Da ist doch der Magier unten drin Ach du Scheiße Der Magikmann ist auch da Ich meine natürlich Simselabim Okay, nice So, jetzt einfach nur zurücklaufen Dann kann ich sogar nochmal leveln Und dann machen wir den Gargoyle Zack, zack, zack Und dann ist er tot Mir fällt gerade auf, dass bei jeder Art von Rando Heimkehrknochen noch mehr OP sind als im Vanilla Game Äh, ja, schon sehr stark Vor allem, wenn man sich noch nicht rumporten kann Dann ist ein Heimkehrknochen schon gar nicht mal so bad Roba Roba Wenn sich mein Gewicht gleich irgendwie um 0,1 ändert Dann habe ich wieder eine Fat Roll Ich bin genau gerade auf Punkt 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 Genau auf der Schwelle Zwischen Normal und Heavy Roll Er hat selber es gemaschen Nein, nein, das wird nicht passieren Wir haben jetzt auf dem Weg zum Boss Äh, keine 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 Items Oh, mir fehlt sogar noch etwas Bevor ich alle meine Runen Runen Oh mein Gott, schon wieder Ich kriege es nicht mehr los Bevor ich alle meine Seelen verkaufe Er, verliere Hol mir uns Goldharz Damit klatsche ich den gleich weg Den Gargoyle Damit klatsche ich ihn weg Fake Gamer Ja, ich Es ist ekelhaft Es ist einfach ekelhaft Wie kaputt mich Elden Rinker gemacht hat Gleich drücke ich aus Versehen auf den Bonn-Knopf beim Kämpfen auch noch Ja, das ist es ja Am Anfang von Elden Ring Hat jeder Seelen gesagt Ich habe auch ständig Seelen gesagt Aber mittlerweile habe ich so viel Elden Ring gespielt Dass ich jetzt Beim normalen Dark Souls Bei Seelen einfach Runen sage Irgendwann sagst du nur noch Elden Ring-like Ja Untergang Also nochmal kurz reinschauen Der hatte keine Waffen gehabt Der hat Wurfmesser Der hat Heimkehrknochen, by the way Für 100 Sehr stark Sollte ich vielleicht mal demnächst holen Der hat ganz viele verschiedene Bolzen Und Oh, Chad Ich hätte mir einfach den Rock kaufen sollen 30.000 Okay, nee Weil mit dem Rock hätte ich dann sehr wenig Gewicht Weil das meiste Gewicht ist gerade in meiner Hose drin Ja, greiter noch mal ein bisschen Ich habe meinen Blitz vergessen Schaffe ich auch so Ich brauche keinen Blitz Ich habe keinen Blitz für die schweren Bosse Ich habe keine Ausdauer Ich bin tot Ich lebe Ich lebe Heil dich Ich sehe nichts mehr Ich sehe nichts mehr Ich bin eins mit dem Boss Einfach drauf Und hoffen, dass ich ihn stärkere Ich habe eine Wand angegriffen Ich habe eine Wand angegriffen Heil dich Der hat mich einfach ausmanövriert Aber wenn ich den schaffe Dann haben wir den ersten Boss besiegt Den ersten Boss Und so viele gibt es in Dark Souls nicht Das ist ein großer Schritt Ja, die Seelen, die ich verloren habe Jucken jetzt nicht Der Weg dahin ist eher so lästig Dass ich jetzt nochmal laufen muss Was eigentlich mit Ceaseless Kann der irgendwo anders überhaupt spawnen? Ich denke ja Ich denke mal Der ist dann aber halt schon Direkt in dem Modus Dass er verletzbar ist Weil Die Arena ist ja das Was ihn unsterblich macht I guess Und nicht er selbst Wer weiß Vielleicht muss ich erst die Arena finden Erst das Ding kaputt machen Und dann in der Äh Ihn finden Und dann bekämpfen Aber ich denke nicht Ich denke ja Wenn ich ihn treffe Muss ich ihn ganz normal bekämpfen Ich habe wieder Goldharz vergessen Ich bin ein nicht sehr intelligenter Mensch So, was machst du jetzt? Jetzt bin ich auf der anderen Seite Schwanz Ab Ich habe gesabbert Ich habe gerade wie Elden Ring Die Waffe zweihändig genommen Mit R1 Ich panicke Ich panicke Einfach töten Haha So Rita Schwert des Mundlichtes Let's go Direkt von der Brücke springen Hey Ich habe Stärke und Beweglichkeit Hab ich Ich brauche nur noch Ähm 19 Intelligenz Jo Ciao Escape Alter Tutorial Scheiß Ich mache kein Damage Im Tutorial Ich laufe Ich kann die Tür nicht öffnen Ich bin tot Ich bin tot Schild hoch Die lasst mich nicht mehr raus Die lasst mich nicht mehr raus Chat, die lasst mich nicht mehr raus Chat, die lasst mich nicht mehr raus Schlag doch Ja, was mache ich? Ich mache kein Damage Schlag doch Danke für deinen Hilfreichen Tipp Okay Meine Waffe ist katastrophal Scheiße Kurz Pause Musik Nachdenken Meine Waffe ist katastrophale Scheiße Wir haben jetzt den Weg zum Asylum Wo ich aber nicht weiterkomme Weil Mir der Schlüssel fehlt Der andere Weg, den wir haben Wir haben keinen anderen Weg Oder kann ich beim Gargoyle einfach wieder zurückgehen und ich spawne woanders Nee Nee, dann komme ich ja wieder Okay, Chat Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt, Chat Paint Also Die Nebelwand Die Nebelwand Die Nebelwand In Sense Fortress Wenn ich in diese Richtung reingegangen bin, bin ich irgendwo hier rausgekommen Wenn ich hier reingegangen bin, bin ich irgendwo hier rausgekommen Warte, ich mach mal in Farbe Wenn ich hier reingegangen bin, bin ich irgendwo hier rausgekommen Als ich hier reingegangen Andere Farbe Als ich hier reingegangen bin, bin ich irgendwo hier rausgekommen Ja, warte, ich mach das besser Also Hier ist die Nebelwand So Als ich hier reingegangen bin, bin ich irgendwo da rausgekommen Als ich hier reingegangen bin, bin ich irgendwo da rausgekommen So Aber Dann habe ich ja festgestellt, dass ich wohl meine Nebelwände so eingestellt habe Dass die beidseitig in verschiedene Richtungen funktionieren Aber Als ich gerade Richtung Kalamed gegangen bin Dann bin ich hier rein Und bin hier raus Und dann bin ich hier rein Und bin hier wieder raus Wieso hat das bei der Wand nicht funktioniert? Es ist dann immer machbar Oder kannst du Pech haben und der Randomizer ist nicht möglich In der Regel sollte es immer machbar sein Sonst würde irgendeiner der Randomizer dir sagen Nee, geht nicht Aber ich habe keinen Weg mehr Oh, da bin ich dumm Ich gehe nochmal zum Gargoyle Weil das war der einzige Weg, wo ich hätte hingehen können Zum Gargoyle Und nach dem Gargoyle Bin ich ja jetzt in der nächsten Sackgasse Das heißt Oh, Junge Oder Ich habe irgendwo ein Item übersehen Und dieser Item Ist der Schlüssel für die Tür Die ich gerade nicht aufmachen konnte Im Asylum Das kann vielleicht sein Das wäre aber ja richtig schrecklich Das wäre katastrophal Da muss ich jetzt nochmal alles ablaufen Und nach dem Schlüssel suchen Mal kurz beidseitig Mal kurz beidseitig testen Ich gehe hier rein Komm hier beim Gargoyle raus Ich gehe hier rein Komm wieder hier raus Aber wieso war das in Sand Fortress denn so anders? War es anders? Ich habe es vergessen Anubiorn, Dankeschön für zwei Jahre Vielen, vielen Dank Jetzt bin ich verwirrt War es doch anders? Ich bin mir ziemlich sicher Und hey, Snowflake Was geht ab? So, kriege ich irgendwie meine Runen raus Ohne wieder da stuck zu sein? Ich habe Runen gesagt Ist das vorbei? Ne, ich kriege da nicht mal raus Ich muss die irgendwie weglocken Ne, das wird nichts Oh, doch Wird das Okay, ich höre den Hund irgendwie ganz nah bei mir Aber er ist nicht da Nein, nein, nein Scheiße, die kommen jetzt alle nicht mehr durch, oder? Halt auch Schleim Intensfestung bei den Schwingbeilen War ein alter Schwingbeil? Ja, auf der anderen Seite, wo ich nicht rüberkomme Und Spotfire, Dankeschön für 19 Monate Und hi So, ich habe meine tollen Seelen wieder Seelen Seelen Wie weit sind wir? Ich habe gerade meinen ersten Boss besiegt So weit bin ich Dann laufe ich jetzt wieder zurück Ich habe keine Runen Ich habe 7000 Seelen Runen haben wir hier nicht Opfer Wieso läuft da komisch? Da läuft doch normal Also ich kann mir vorstellen, dass das hier irgendwo im Wald Irgendwo in diesem Wald noch ein Item rumliegt Der dann ein Schlüssel ist Dahin zum Beispiel liegt ein Item Ich weiß nicht, ob ich von hier aus da hinkomme Ich laufe falsch Ich bin komplett falsch gelaufen, Chat Ich bin dumm Oh Mann, ich bin dumm Wieso bin ich dumm? Kann mir jemand sagen, wieso ich dumm bin? Ich habe den falschen Fahrstuhl genommen Jetzt muss ich dann nochmal hin Weil meine 7000 Seelen da liegen Boah, das wird so ein Struggle, Chat Wieso habe ich das nochmal gemacht? Und ich verliere schon wieder maximales Leben Ich verstehe es nicht Ich hätte niemals ins DLC gehen sollen Ich hätte mich niemals an dieses Bonfire im DLC hinsetzen sollen Ich wusste es von Anfang an Wenn ich mich hinsetze Ich werde es bereuen Ich werde es bereuen Und ich bereue es Es war so klar Es war so klar Dieser Ort ist wirklich für einen Randomizer sehr, sehr schrecklich Ich hätte einfach weit in Sands Fortress rumlaufen sollen Ich war oben beim Eisengiganten Der hätte mich bestimmt irgendwo rausgebracht Wo es richtig schön wäre Und dann wäre alles nice gewesen Aber ich habe mich für's DLC entschieden Und jetzt kriege ich hier aufs Maul So, wo bin ich hingelaufen? Nach links, ne? Da sind meine Seelen Hier ist noch ein Item gewesen Schand statt Schlüssel Es ist ein Schlüssel Aber der falsche Ey, ich kriege so viele Schlüssel, ne? Das ist crazy So Ich gehe kurz meine Seelen nach Hause bringen Und dann laufe ich hier mal gleich mit null Seelen rum Und suche ich mal nach den Items Das ist doch der allerspaßigste Ort im Spiel Oder kann ich für 7.000 was Schönes bei ihm kaufen? Kannst du Digi, kannst du vielleicht Rabatt machen auf deine Hose? Auf den Rock Kannst du vielleicht Rabatt machen? Nicht 30.000 Vielleicht günstiger ein bisschen? Heimkehr-Knochen Ich kann hier unendlich Heimkehr-Knochen kaufen, Chat Ich kaufe mir jetzt einfach 70 Heimkehr-Knochen Und dann habe ich den ganzen Run über genug Heimkehr-Knochen Zack Fertig Spiel durchgespielt Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Schlüssel finden Irgendwo Verdammt So Ja, hier sind noch irgendwo Items Junge, dieses geile Geräusch Alter, die Armee kommt So anders kann ich mir nicht vorstellen Weil ich habe definitiv keinen Weg mehr Außer den im Asylum Aber dafür brauche ich einen Schlüssel Und wenn die Randos alle mir keine Fehler angezeigt haben Keine Errors Dann müssen die Randos so laufen Dass man dieses Spiel trotzdem durchspielen kann Entweder gibt es hier noch irgendwo eine Nebelwand Die ich nicht kenne Oder es muss halt wirklich der Schlüssel irgendwo hier rumloomen Ich bin tot Ich werde das einsammeln und dann sterben wahrscheinlich Bodenlose Kiste Dieser Seed ist bodenlos Ich lebe Ja, er fliegt Er kann fliegen Schwarzritterschild Noch mehr Gewicht Oh mein Gott Kann er runterfallen? Ah, er kann mich zum Runterfallen bringen Schade Na okay Wie viel Gewicht haben wir? 35,5 Okay Ich habe das Gefühl Jeder Punkt in Kondition war eine Verständung Also ich weiß nicht Koop-Sounds Dankeschön Für dein Prime-Sub Also ich weiß nicht, ob Hier bestimmte Gegner Einen hundertprozentigen Drop haben Und ich muss die töten Vielleicht würde es halt oben in Sense Fortress gehen Aber du hast es hier halt verbaut Ja, aber in der Regel Sollte der Seed so funktionieren Dass du es dir nicht verbauen kannst Das heißt Entweder Ich übersehe wirklich irgendeinen Weg Oder Es liegt hier irgendwo Einen Schlüssel Also da oben war noch ein Item Warte mal, ich habe keine Ahnung Wie ich da hochkomme Weiß jemand, wie man da hochkommt, Jack? Hier geht es auch nicht Aber da oben ist halt noch ein Item Da auch Starker Schuss Okay, ja In Ordnung Ich kann nochmal in Sense Fortress schauen Ob ich irgendwas nicht gesehen habe Aber Da hinten das Item Da oben Diese Wettergeräusche hier im Gebiet Wenn man nur Musik spielt Die sind nice Klingt so, als wäre er halt irgendwo im Hintergrund Ganz weit entfernt So ein So ein Unwetter Ungewitter Ungewitter Unwetter Un Un Ungewitter Unwetter Ja, Gewitter Okay, eine Seele Ungewitter 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 So, ich glaube Hier habe ich keine Items mehr Also jetzt habe ich wirklich alles hier weggelootet Boah, die Sounds sind voll geil Boah, das ist im Real Life Das ist dein Bauch Hunger habe ich halt wirklich Da hinten Ist noch ein Item Wie komme ich da hin Nicht von hier Ach du Scheiße Die kommen jetzt alle hier hin Er backstappt mich Die Ratte Ach du Scheiße Verdammt Wie komme ich da hoch Wie komme ich zu dem Item Wie komme ich zu dem Item da hinten Über der Brücke Ey, wenn ich hier die ganze Zeit dumm hin und her laufe Dann fallen die runter und sterben Stück für Stück Irgendwann sind die alle tot Ah Hinterm Fahrstuhl müsste ein Item sein Äh, das habe ich gerade schon gelootet Was war hier nochmal Ach hier war der andere Shortcut Äh, ich habe noch Turren noch nicht abgeholt Ich hatte noch nicht das Glück gehabt Äh, ja, ich habe Leute gespielt Wieso? Ich habe absolut keine Ahnung Wie ich zu dem Item hinkomme Absolut keine Ahnung Nur so bin lol süchtig Hör auf Get a life Diese Geräusche von diesen Tentakelchen Bumbumbum 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 Muss sagen Die Geräuschkulisse ist hier richtig nice Keine Ahnung, wie ich da hochkomme Ich hoffe nicht, dass das der Schlüssel da oben ist Oder Instead Ne, das geht auch nicht mehr Ar 특별 Ist die Wand Die Wand, die ich noch nicht kaputt gemacht habe. Da ist noch ein Item. Dahin ist noch ein Item. Ich glaube, ich habe es gefunden. Die Wand in Sands Fortress, die man kaputt machen kann mit einer Kugel. Dass da vielleicht noch was ist. Schade. Nein, das machst du nicht mit mir. Nein! 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 Was tut mir hier an? Was tut mir hier an? Wieso dachte ich mir, dass das eine geile Idee wäre? Doch wieder Bonk Run, nein. Der Bonk Run ist tot. Ich bin es dem Bonk nicht wert. Leber, alles gut. Was hätte ich bei Ella schauen sollen? Ja, ich hätte ja auch nicht direkt ins CDC-Gebiet gehen müssen. Aber ich habe mich entschieden, dass das eine gute Entscheidung ist. Ich hatte noch andere Wege. Aber ich habe mich entschieden, dass das eine gute Idee ist. Und an sich war es ja nicht verkehrt. An sich war es ja auch nicht verkehrt. Also wäre ich jetzt nicht an diesem... Also, ich meine, hätte mich jetzt die Nebelwände weitergebracht ins nächste Gebiet, dann wäre ja alles okay gewesen. Aber mein Problem ist ja gerade, dass die Nebelwände mich halt alle in die Sackgasse bringen. So, da hinten. Da ist, das ist der Schlüssel. Alter. Ja, wenn das jetzt nicht das ist, dann gehe ich nochmal Sands Fortress und schaue mal, ob ich da irgendwas übersehen habe. Scheiße. Ich kriege es nicht, oder? Fuck, ich kriege es nicht. Komm schon. Nein, 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 nein. Ach, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Oh, Seele des Kriegers. Au, schade. Rennen, 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 rennen. Dieser dumme Köter. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier noch oben was, bevor ich runtergehe. Ja, wir haben hier noch ein Itemspot. Da weiß ich noch nicht, wie ich da hinkomme. Da weiß ich gerade nicht, wie ich hinkomme. Obwohl, vielleicht von hier, geht es hier seitlich hoch? Nee. Dieser dumme Köter, wie lange rennt er mir hinterher? Und zwar... Da oben halt. Wie komme ich da nach oben hin? Da oben ist noch ein Item. Ja. Ja. Glaube ich. Oder war da nur eine Blume? Wie komme ich da hoch? Vielleicht ist da nur so eine Leuchtblume gewesen? Da ist gar kein Item. Ei, 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 ei. Nee, da ist oben gar kein Item. Ich dachte vorhin, da ist ein Item. Aber da ist oben gar nichts. Junge, wie lebe ich eigentlich noch? Ich habe keine Heilung mehr. Ich lebe immer noch. LOL. So, hier mitten im Sumpf oder so, ist nicht irgendwie noch ein Item, ne? Wo ging es vom Gargoyle aus durch den Eingang? Also, falls es da durchgeht. Nach dem Gargoyle ging es wieder zurück ins Asylum. Aber das Asylum ist halt abgesperrt. Und deshalb, mein Guess ist gerade, dass der Rando von mir will, dass ich den Schlüssel finde. Dass ich den Schlüssel finde fürs Asylum. Junge, Kürbisflasche. Kürbisflasche ist crazy. Und, aber ich habe eigentlich eingestellt, es gibt ja so extra so eine Einstellung für, yo, willst du mit Glitches spielen oder willst du ohne Glitches spielen? Und ich habe eigentlich eingestellt, dass ich keine Glitches brauche, um das Spiel durchzuspielen. Hier war halt noch irgendwo seitlich ein Item. Ich habe keine Ahnung, wie ich, ob ich überhaupt von hier aus da hinkommen kann. Zu dem Item. Ich glaube aber nicht. Und diese Wand hier halt. Vielleicht müssen wir uns kurz einen Trick auf YouTube anschauen, wie man diese Wand kaputt macht. Weil die kann man wohl kaputt machen, wenn man irgendwie sich so neu spawnt. Und dann bricht die Tür von alleine auf. Aber ich kriege es nicht hin. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht geht es auch gar nicht in der Version. Vielleicht geht es nur bei Prepare to Die Edition. Jotob. Jotob. Du kannst die Wand mit der Schlange, die normalerweise dort steht, aufhauen lassen. Ja, die ist halt nicht da. Und das geht nicht. Deshalb, wie gesagt, man konnte es einfach mit dem Spawn kaputt machen. Dark Souls, Sands, Fortress, Wall Break. Aber ich sehe halt hier nur der Trick mit der Schlange. Oh, ich bin auf dem falschen Account. Ich bin noch auf dem Account von gestern. Ich kriege hier Werbung. Junge, ich habe schon lange kein YouTube-Werbung mehr gehabt. Ähm. So, I described the actual hitpoint value for objects as being a sort of binary thing that just determined whether or not something was breakable at all. That's a reasonable way to summarize how it was used in Dark Souls 1, but if we were to change the values, this parameter is capable of more. By increasing it, we could make an object require multiple hits. So, now it's not just a question of surpassing an object's defense. Now there's also drinking up. Ich erkläre mir, das geht. Er erklärt nur... Also, er erklärt schon, wie es geht, aber er erklärt nicht, wie es geht. Also, ähm... Dark Souls 1, äh, Dark Souls, Sense, Fortress, Wallbreak, Spawn? Ja, er zeigt ja nur mit der Schlange. Aber ich habe hier keine Schlange. Oh, jo, okay, jetzt zeigst du mal anders. Ähm. Vielleicht geht das auch gar nicht. Vielleicht war das gar kein, gar kein, gar kein, gar kein, gar kein In-Game-Trick, sondern das hat irgendwie mal jemand gezeigt, dass theoretisch die Wand dadurch kaputt geht, wenn man spawnt. Aber man kann es nicht In-Game machen, sondern nur mit Cheats oder so. I don't know. Vielleicht habe ich da was Falsches gesehen. Aber ja, ich habe hier... Ich habe in Sense, Fortress, keine Items mehr. Das Item... Das eine Item, was noch da ist, ist halt... Du mieses Schweinekind. Das geht. Ich glaube, Schlangendude war wichtig dafür. Auch mit der Spawn-Stread? Dafür muss der Schlangendude da sein? Hm, okay, gut. Das Video, wo die Wand kaputt geht, habe ich auch gesehen. War das ein Fortress nochmal unten, das Kugelrätsel, wo die sich sammeln? Äh, unten war ich schon komplett. Da habe ich schon alles weggelootet. Ja, schick mal rein. Unten war ich schon komplett. Da habe ich schon alles weggelootet. Ja, wahrscheinlich habe ich sie auch bei Zuli gesehen. Ja, da habe ich schon mal... Ich glaube, er zeigt... Zeigt normales Stread. Diesen Stread mit der Schlange. So... Da, das Okay, sie zeigt aber nicht, wie sie das gemacht hat Ja, ich glaub Ich glaub, Zuli hat halt ihren Charakter dahin platziert Aber das kann man ingame Nicht ohne den Eingriff In die Gamedata machen, oder? Die Gamedata ist sehr gut, dass die Gamedata von Spanien und Side-Objekten zu Beginn mit Die Gamedata ist sehr gut, weil die Gamedata von Spanien und Side-Objekten zu Beginn mit Die Gamedata von Spanien wird ein paar Steps entfernt Ja Es war ein paar Stunden, um die Gamedata zu bekommen Und ich weiß nicht, was anders war, was funktioniert Okay, also ist es komplett... Gamba Gamba Stream Ja, und ich weiß ja nicht mal, ob da der Schlüssel dahinter ist, Chat Jetzt mach ich das jetzt einfach stundenlang Dann geht irgendwann die Wand auf und dann ist doch nicht der Schlüssel Vor allem das Ding ist Ich spawne ja nicht mehr wie Zuli Direkt an der Wand Sondern ich spawne immer ein paar Meter weit Also nicht ein paar Meter, aber einen Meter immer weiter weg Da seht ihr? Ich spawne dann hier Ich bleib zwar hier stehen Ja Droppen NPCs auch random stuff Ja, aber Die sollten nicht Key-Items droppen Außer halt Bosse oder so Aber random Gegner sollten nicht wichtige Key-Items droppen Musst du während der Attacke, glaub ich, quitten Mh Mh Mh, okay ich muss schnell machen Ich kann das nicht so schnell BING Mh 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 matched Schnelle gehts nicht Ich kann halt auch keinen Jumping Attack machen, oder? Okay, Jumping Attack geht. Okay, warte. Das war gut? Aber nicht gut genug. Nein. Nein. Sie macht auch die Jumping Attack, ja. Und mit der Jumping Attack prallst du nicht von der Wand ab. Ah! Wir probieren es einfach ein paar Mal. Und wenn es halt nicht geht, dann suchen wir weiter, I guess. Mann, wieso komme ich da nicht rüber? Ey, wir können gerne eine Gamba dafür machen, aber das wird nicht passieren. Mann. Ich bin ja nicht. Wie kann man das nehmen? Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ja, vielleicht einhändig? Er springt da so viel geiler. Yeah, Einstellungen, lol! Boah, ich krieg's nicht mehr hin, ich bin dumm. Das war langsam. And here's a quitter, here's a hitter! There was move? Was tue ich hier?! Habe wegen den Streams für die Familienfeiern Wochenende ein Bingo für mich selbst gemacht. Eine Reihe hatte ich. Ähm, was für Bullshit bei der Familienfeier passiert, oder was? Oder was meinst du? Tot, tot, toter als tot! Und, was konntest du ankreuzen? Opa hat sich eingeschissen. Ich glaub, du musst genau dann machen, wenn der Schlag träfft. Woher weißt du das? Hast du es geschafft? Zeig ein Video, wo du es geschafft hast. Kann bitte in die Kugel kommen, danke. Ich will noch mal kurz schauen, wegen dem einen Item. Also, ich muss doch, also, ich muss ja irgendwo was übersehen. Du miese... Ich komm da nicht mal durch. Was suchen wir eigentlich? Äh, mir fehlt ein Schlüssel. Der einzige Weg, den ich habe, ist zurück ins Asylum. Aber von der Seite aus, wo... Ähm, also oben. Oben da, wo normalerweise man hochgeht, um sich droppen zu lassen auf dem Boss. Und... Das Ding ist ja, du kriegst ja dort eigentlich einen Schlüssel. Von Oskar, wenn er dir die Estus gibt, kriegst du ja einen Schlüssel, damit du überhaupt da hoch kannst. So, und ich spawne auf der anderen Seite, wo ich noch nicht zu Oskar kann, sondern auf der anderen Seite. Von der Gitterwand. Von der Gittertür. Sprich, ich muss jetzt irgendwo einen Schlüssel finden für diese Tür. Weil ich sonst gerade keinen anderen Weg sehe. Was, schon ganz unten? Ja, ganz unten war ich. Da hab ich schon alles abgeräumt. Deine Haare sind aber lang, höre ich seit drei Jahren aber jedes Mal. Spontaner Besuch, auf den ich keine Lust habe. Ente. Rocha, sogar Ente. Meine Schwestern kommen zu spät. Kellerbier. Es wird über Kinder geredet. Und noch Kleinigkeiten, die aber ein bisschen zu Insider werden. Okay. Stark. Ah, die Ente ist gut. Du hast die Ente es geschafft, das ist stark. So, ich bin durchgekommen. Und zwar, Chat. Ähm. Wo war das Item? War hier nicht vorher noch ein Item zu sehen? Wahrscheinlich das da unten. Wie komm ich da unten in dieses Loch rein? Wahrscheinlich von weiter oben, ne? Da. Wahrscheinlich muss man irgendwie von oben kommen, oder? Ach, das ist der Raum, wo die Kugel runterrollt, ne? Ach, das ist der silberne Schlangenring. Ah. Ich dachte, der war da auf der Brücke, wo die Schlange steht. Aber da war wahrscheinlich der goldene Schlangenring, oder so. Ja. Da komm ich nicht hin. Stark. Ja. Da komm ich nicht hin. Ich bin jetzt schon mit diesem Rendo durch. Weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Also gehen wir nochmal durch. Gehen wir nochmal durch. Gehen wir nochmal durch. Sands Fortress. Gibt es keinen Weg. Die einzige Nebelwand, die ich erreiche, die bringt mich nach hier hin. Äh. Dieses große Tor, was sich nur öffnet, wenn man die zwei Glocken läutet. Die kann man nicht von innen aufmachen, oder, Chat? Ne, ich weiß nicht, ob das Skelett das kann. Das wäre ja auch jetzt viel zu random. Versuchen, irgendwie den Skelett dazu zu locken. Diese Art von, äh, Moment, 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 Chat. Gibt es nicht ein Item, was mich zum allerersten Bonfire wieder zurückbringt? Moment. Äh, Bonfire. Gibt es nicht eine Einstellung? Moment, war es am Bonfire selbst? Moment. Ja, es gibt. Chat, wir sind nicht durch. Return to Asylum. True. Ich habe das ganz vergessen. Ja, natürlich. Ich kann an jedem Bonfire mich einfach wieder komplett zurückporten. True, true, true. Zum kompletten Start. Okay, ne, dann haben wir alles. Alles gut. Gut. Ich habe die Einstellung komplett vergessen. Fuck. Das habe ich super viel Zeit verschwendet. Deswegen. Ah, das war so dumm. Ah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Scheiße, bin ich dumm. Ich bin ja katastrophal-dumm. Krass, bin ich dumm. Boah. Boah. So. Okay, dann sind wir wieder hier. Dann kann ich jetzt, äh, einmal zum Eisengolem hoch. Jetzt nochmal mit Gollum-Stimme. Nein. Ich bin hier kein Clown, okay? Nein. Ich bin hier kein Clown, okay? Er will jetzt nur, dass wir sagen, nein bist du nicht. Ich sag sowas nicht. Nein, will ich nicht? Das war kein Fishing for Kompliment oder so. Das brauche ich, habe ich nicht nötig. Ich weiß auch ohne euch, dass ich dumm bin. Pick me, Keggy. Das ist unsere Zukunft, Chat. Evolutionstechnisch, da entwickeln wir uns hin. Okay, diese Nebelwand hatten wir noch nicht. Ich mach kein Damage. Ich mach kein Damage. Ich mach... Er ist tot. Er stirbt jetzt einfach direkt in der Lava-Chat. Weil er keine Lava-Immunität hat, oder? Boss stirbt in Lava? Das ist ein Asylum-Demon. Opfer. Leg dich nicht mit mir an. Arschloch. Grundaxt! Let's go! Die kann ich nicht benutzen. Easy-Game. Scheiße, da liegt was. Scheiße, da liegt was. Scheiße, da liegt was, Chat. Ach du Scheiße! Scheiße! Was meint ihr? Komm ich da an? Mit nem Sprung? Aber es ist ein goldenes Item. Ich hab kein Lava-Ring. Ja, halt... So. Hinspringen. Ja, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann despaunt doch das. Das Ding. Wenn ich jetzt rausgehe. Wenn ich halt hier sterbe, dann komm ich halt zurück und hol sie wieder. Der Weg hier hin ist ja nicht schwer. Deshalb versuchen kann ich ja. Gamba, ob du es schaffst? Warte, ich will kurz Rundax schauen. Rundax braucht... Ach, wie als ob diese Axt Glaube braucht, der Wille braucht. Ja, ich will es definitiv machen. Also, ich werde es definitiv auch machen. Aber ja, wir können dazu eine Gamba machen. Weil die Seelen bekomme ich ja easy wieder zurück. Wenn ich sterbe. So. Es geht nicht darum, ob ich es überlebe. Weil sterben werde ich hundertprozentig. Es geht darum, ob ich das Item bekomme. So, 30 Sekunden gebe ich euch. Für die Gamba. Kriege ich das Item oder nicht? Ja oder nein? Wieso sollte das Item der Ente sein? Ah, ich spawn auch auf der Seite. Hier geht es ja zum Bonfire eigentlich. Das heißt, wir haben da gleich noch hinten eine neue Nebelwand. Okay, let's go. Let's go. Wir brauchen den richtigen Song. 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 Der ist nicht richtig. Der ist nicht richtig. Wir brauchen den richtigen Song. Ich brauche das, was mich pusht. Aber ich finde nichts mehr. Nee, Hotline pusht mich nicht. Ich muss an mich glauben. Ich muss an meinen Skill glauben. Ich bin nur hier, weil ich stark bin. Ich bin nur hier, weil ich die Kraft dazu hatte, durchzustehen. Ich werde es schaffen. Ich bin zu spät gesprungen. Ich bin zu spät gesprungen. Chat, ich bin zu spät gesprungen. Ich fand, das sah schon möglich aus. Fallet ihr nicht? Ich fand, das sah sehr möglich aus. Ja, die 25.000 hole ich jetzt zurück. Ich meine, ich war im Item drin. Nicht mit der HP. Ich bin zu spät gesprungen. Sodass ich schon vor dem Absprung den ersten Schaden bekommen habe. So habe ich einen Tick schon vorher mitgenommen vom Damage. Aber ja, das Item weg, ne? War bestimmt der Schlüssel, den ich gesucht habe. Schade. Und jetzt hier runterfallen. Und 25.000 weg. Ja, schade. Hätte vielleicht was Geiles sein können. Ich bin da schon wieder zu spät abgesprungen, Junge. Wäre Drake Sword gewesen, ja. Easy Game hätte ich gehabt. Nee, du kannst auch nicht über Lava springen. Du sagst mir gar nichts. Bist hier der Lava herrollt oder was? Ja, ich bin zu spät abgesprungen. Drecks Game. Jetzt hat der kleine Fleck da noch als Lava zählt. Ich stand schon eigentlich voll drüben. Ja gut, das Item holen wir dann nicht. Das Item lassen wir dann liegen. Willst du nicht lieber leveln gehen? Ja, ich wollte noch das Item mitnehmen. Ich level gleich. Oh, falsche Richtung. Die Sehnen liegen jetzt auf der anderen Seite. So funktioniert Dark Souls nicht. Und wie läuft's? Äh, katastrophal. Wer hätte das gedacht? Kegi macht ne From-Soft-Challenge. Das wird bestimmt easy. Er wird wahrscheinlich gar nicht daran verzweifeln. Nein, 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 nein. Ich hätte das als Mensch machen sollen. Als Mensch habe ich mehr Resistenzen, ne? Riki, kannst du dir erklären, wieso ich nicht maximale Leben habe? Wieso habe ich so einen kleinen, komischen Ding da oben? Hast du eigentlich eine HD-Mod oder so? Ne. Es kam ein Remaster vor ein paar Jahren raus. Ich frage mich seit ich hier bin. Super weird. Ich habe gerade Channel Survivor durchgespielt. War mit. Ja, es sah auch leider echt mit aus. Machst du den ersten Teil? Ich habe das auch. Sieht bei mir aber nicht so aus. Ja, du kannst in den Einstellungen deine Auflösung hochdrehen. In der Regel. Hier warte, ich zeige dir das. PC-Einstellungen. Hier kannst du zum Beispiel die Auflösung hochstellen. Wenn du das auf niedrige Einstellungen spielst, dann sieht das Spiel weniger gut aus. Kein Problem, Moritz. Ich helfe dir sehr gerne. Ja, den fand ich ganz cool. Okay. Seit wann geht denn sowas? Oder hast du die Switch-Version gespielt? Weil die ist, glaube ich, ein bisschen schlechter. Ne, im Ring habe ich nur Sonnenprinzessin Ring. Das war's. Ich habe nur den hier. Ring der Sonnenprinzessin. Und der verstärkt ja, glaube ich, einfach nur Wunder. Spiel auf TVU. Ah, ja gut. Dann ist das das Problem. An einem Fluch gestorben. Aber wenn man an einem Fluch stirbt, dann verliert man viel, viel mehr Leben als diese kleinen Stückchen da. Das ist doch viel zu wenig für einen Fluch-Tod. Der Helm? Ich hätte das aber schon auch vor dem Helm, meine ich, gehabt. Die Macht der Kristalle gewährt einen hohen Verteidigungswert. Der hat seine Helm ertragen von einem hohen Ritter, der teilweise kristallisiert war. Ich meine, ich hätte ihn auch schon mit dem Helm gehabt. Diesen komischen Effekt. Okay. Das war davor schon, ja. Das mit der HP soll ein Rando-Bug sein. Okay. Aufsteigen. Alles in Wille, damit ich die Axt benutzen kann. Nimm ich Kondition. Falscher Stat. Äh, warte. Ich mach mal hier. 16. ca. Ja, das bin ich noch nicht. Warte. Ja. Was das über die Möte? Warte. 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 Ja, dann checken wir mal die andere Nebelwand ab. Die führt uns hoffentlich auf den glorreichen Weg zu einer neuen, wundervollen Waffe. Und jetzt, wo ich hier wieder theoretisch nach oben kann, kann ich auch den Weg der Kugel ändern, dass wir durch die Wand endlich können. Bestes FromSoft-Game für dich, Dark Souls 1. Katzenpause, Junge. So, was haben wir hier? Ich hätte mir auch mehr Vitalität geben können, damit ich vielleicht darüber springen kann. Moin! Na? Ach so! Ja, Moin! Loreweiss sehr akkurat. Ich glaube, Onstein hat eine Affäre. Oh, der Damage ist okay. Onstein hat eine Affäre mit Wendelin. Wie deutsch ich das hier? Wie deutsch ich den Blitz? Kann ich springen? Man kann in Dark Souls 1 nicht springen. Oh. Wie deutsch man das normalerweise, Chef? Wegrennen, oder? Einfach tanken. Ja, ich habe nicht so viel Estus, um das durchzutanken. Warum ist der so groß? Weil der im Bosskampf groß wird, wenn du seinen Boy zuerst tötest. Visa versa. Ja, ich habe schon mehrmals so rum gemacht, aber nicht so groß. Doch schon. Das ist der Big Boy, Onstein. Ich habe schon ihn ein paar Mal gemacht, aber viel zu selten. Viel, viel seltener als natürlich andersrum, den Big, Big Smog. Auf jeden Fall nicht oft genug, um mich daran zu erinnern, wie ich dem Sprung gedeutscht bin von ihm. Ja, wahrscheinlich hast du nicht so groß in Erinnerung, weil du in einer ziemlich großen Halle warst und da China nicht so groß rüberzukommen ist. Und jetzt stehe ich in so einem engen kleinen Gang und dann sieht das größer aus. Deshalb, Chat, wenn ihr für euren Schwarm Dickpick-Max macht, dann geht in den Tunnel von Wendelin. Hm. 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 Haben wir noch einen anderen Weg, damit ich ihn nicht bekämpfen muss? Äh, Elbring-Gilzi, meiner Meinung, äh, war ganz cool. Mag ich. Hat Spaß. Hier kommen auch keine Blitzgeräusche, ne? Ach, Scheiße, ich bin gigaschlecht. Hm. Kann ich bitte aufhören zu springen? Oder so? Ja, ich muss ihn wohl so bekämpfen, Chat. Der Boy ist ein bisschen überfordert, glaube ich. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Scheiße, er hat mich in die Ecke gedrängt. Nein. Zu gierig. Ah, ich konnte nicht mehr sprinten. Schlecht. Ich habe so gut, ich habe so gut gespielt, ne? Und jetzt scheiße ich komplett rein. Oh Mann, Chat. Ich habe doch gerade so gut gespielt. Ich habe gerade so gut gespielt und dann irgendwie auf einmal ich habe die letzten Tode bei mir nicht gezählt. Machen wir mal drei drauf. Ja, der Weg ist auch so insane lang, na. Ich habe gerade so gesehen, ich habe es geschoffen. Oh Mann, Und dann ich habe gesagt, Kannst du bitte gehen? Ich habe mich ans Bonfire gesetzt und er ist trotzdem noch da. Und nicht hinten. Pack dein Schild weg, Schwächling! Wow! Schade. Äh, by the way, äh, was habe ich für Seelen am Start? Boah, wir können damit vielleicht ein bisschen Vitalität leveln, Leute. Dass ich vielleicht über die Lava komme. Wer habe ich jetzt umsonst getötet? Für das eine Item in der Lava. Vielleicht ist da eine Waffe. Ich würde echt gerne wissen, ob Ornstein oder Artorias stärker sind in der Lava. Artorias. Artorias ist der Mächtigste. Artorias ist einfach krass. Aber die Frage am Ende des Tages, die ich mir erstelle, ist, wer ist stärker? Goku oder Saitama? Mohiro hat mir den Joke geklaut! Mann! Okay, meint ihr, dass die paar Vitalität-Punkte reichen? Um über die Lava rüber zu kommen? Dieser komische, kleine, scheiß Lebenspunkt da oben. Vielleicht muss ich mir den auch zurückholen. Ich muss mich ja menschlich machen, hieß es, ne? Ich glaube, ich bin der Einzige, der One-Punch-Man langweilig findet. Nee, das gibt's viele. Als damals der Hype so groß war, dann gab's viele, die gesagt haben, Kinder, das haben sie gesagt. Also, keine Sorge, du bist nicht der Einzige mit einer schlechten Meinung. Du Ratte! Ja, Season 2 hab ich nicht mehr geschaut. Jetzt haben wir ja auch viel zu lang, viel zu viel Zeit zwischen Eins und Zwei ist vergangen. Ich glaube, allein schon, weil es so lange gedauert hat, ist es automatisch scheiße geworden, weil vermutlich so viele Leute dann eine krasse Anforderung, äh, krasse Ansprüche hatten. Weil so lange drauf gewartet und dann, ja. Ich glaube, ich glaube, ich bin der Einzige. Der Einzige Weg ist gerade wirklich On-Stand, ne? Ich könnte von hier oben aus noch laufen, äh, wieder nach unten und vielleicht, äh, zu dem einen Item, was ich noch nicht geholt habe, da ist vielleicht, und die Wand aufbrechen, da ist vielleicht der Schlüssel fürs Asylum, dass wir auch da vielleicht weitergehen können. Oder hinter der Wand ist vielleicht auch eine Waffe. Oder beim Schlangenring, beim silbernen Schlangenring. Da ist vielleicht auch eine Waffe. Bin irgendwie so den Marathon gewöhnt, dass ich null das Gefühl habe, dass heute Sonntag ist, ja. Fühler. Ich glaube, das reicht nicht. Ich überlebe immer noch keine drei Ticks, oder? Das könnte vielleicht sehr, sehr knapp werden. Ich muss halt drei Ticks überleben, glaube ich. Damit das klappt. Boah, ich habe drei Ticks überlebt. Dämonen, Großaxe, dein Gesicht. 46 Stärke. Die Hälfte von 46 ist 24. Die Hälfte von 24 ist 12. 12 plus 24 ist 32. Wir brauchen 32 Stärke, um diese Waffe zweihändig zu benutzen. Das sind noch 10 Level. Dämonen-Eis! Oh, der lebt ja wieder, hä? Hä? Ich bin so verwirrt. Kleines normaler G- Ja, aber der war vorher nicht da. Ich habe ihn getötet, und dann bin ich diesen Weg gerade gelaufen. Er ist nicht gespawnt. Jetzt ist er wieder da. Scheiße, ich mache nur einen Damage. Ich will meine Rundachs wieder zurück. Also jetzt haben wir, jetzt haben wir wirklich ein gigantisches Problem, Chat. Also jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt ist die Scheiße richtig am Dampfen. Weil damit kann ich nicht mehr Onstein bekämpfen. Chat, der geht nicht weg! Ich gehe ans Spawnfeuer, er geht nicht weg! Dieser Gegner ist irgendwie komisch. Der geht, der wird nicht resettet, wenn ich an Bonfire gehe. Er ist gerade einmal nicht respawnt. Der will mich doch verarschen. Der will mich doch verarschen, Chat. Das ist eigentlich auch ein Spieler. Wer von euch ist das? Danke. Zehn Level brauche ich. Damit ich diese Waffe tragen kann. Ich bin mir gerade bei 22 Stärke. Waren eigentlich Viewer Runs? Dark Souls 1 oder was? Bem-i-blü-r-an. BOOMBOO Scheiße, er ist nicht gesprungen. Meinst du, wenn wir Viewer Runs machen, dann kommt Hank wieder zurück? Hast du dir schon die Seelen im Shop geholt? Hat der auch Seelen verkauft? Hier vorne? Können wir mal gleich kurz schauen. Stimmt, was ist mit ihm eigentlich? Keine Ahnung, er ist eines Tages verschwunden und kam nie wieder. Die Waffe wäre so geil, ne? Hätte ich die Stärke. Ich hätte wirklich von Anfang an nichts in Kondition reinballern sollen. Hätte ich nichts in Kondition reingeballert, sondern einfach den Plan verfolgt und alles in Stärke gepumpt, dann wäre ich jetzt einfach Giga-Shit. Gaben, danke für 30 Monate. Hier ist noch ein Drachen-Großschwert für 7.500. Das braucht 50 Stärke. 50 Stärke. Oder die Hellebarde, Chad. Die kostet 7.500. Die Hellebarde kann ich benutzen, die wird Schaden machen. Das ist einfach Giant Dead. So, ich muss nach. Der hat mich sogar auf Steam entfriended. Kann ich mal schauen, wann er zuletzt online war. Was? Der hat ja einen kompletten Schlussstrich mit uns gezogen. Was war mit dem? Keine Ahnung, er ist weg. War ein Viewer, der halt öfters hier war. Der eigentlich auch recht sympathisch war und dann war der einfach weg. Wo war... Ich glaube, die Kugeln müssen hier hinrollen, ne? Höh! Damit ich zum Schlangenring kann, ne? Aber die Kugeln kommen nicht. Das ist das Problem gerade. Ich kriege die Kugeln nicht hier nach unten hin. Weil es gibt ja keinen Kugelwerfertypen. Sondern die Kugeln kommen nur, wenn ich ganz unten bin, komischerweise. Dann spawnen die. Äh... Hier hin bitte. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Kugeln jetzt plötzlich spawnen. Vielleicht kann ich ja mal hier hochlaufen. Wahrscheinlich muss ich das Gebiet hier neu laden, damit die spawnen, oder? Oh. Ich hör was. Tja. Wenn ich das Gebiet neu lade, dann dreht sich das Ding wieder auf Standard, oder? Glaub ja. Ja, wir kommen nicht durch die Wand durch. Und ich komme auch nicht zum Schlangenring. Weil wir keinen Typen haben, der Steine spawnt. Ja, die ploppen wieder noch nach hier hin. Könnt's nicht sonst zu Mimic? Ich mach halt kein Damage bei ihm. Okay, dann können wir den Ring nicht mehr holen und wir können da nicht mehr rein. Ähm... Aber da war noch dieses eine Item, was ich nicht geholt habe. Ich weiß nicht genau, wie ich da hingekommen bin. Äh... Da kannst du mit dem Loadledge rein. Ja, das ist zu kompliziert. Haben wir auch schon vorhin darüber gequatscht. Das geht nicht so einfach. Ich dachte auch, ich kann mich einfach da hinstellen oder in die Wand reinspringen, quitten und dann geht's. Aber das geht nicht. So einfach. Der Song, der gerade läuft, ist, äh... Unreleased Demon's Souls Menu Theme. Man muss sich super spezifisch positionieren. Also wir hatten vorhin ein kurzes Video geschaut von Zuli. Und Zuli hat geschrieben, irgendwie... Sie hat Stunden gebraucht, damit die Wand aufgeht, aber sie weiß nicht, wie... und wieso das passiert ist. Äh, die Wand. Und ansonsten habe ich keine anderen Videos gefunden, die das spezifisch genau erklären. Wenn du eins hast... Herr damit. Herr damit! Aber er ist nicht bei der Mimik der Fahrstuhl, äh... der eine Zelle runterbringt, wo im Vanilla Game Items liegen. Äh... Ich fahre da unten schon. Abo! Dankeschön, der Prime Sub. Äh... Mir fehlt noch ein anderes Item, wo ich aber nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ich check... Ich check noch mal kurz die hier ab. Hier komme ich mal aus Leom raus. Mein ab, was, äh... bei General Roll mal gesehen, aber seine Videos gehen alle so Stunde. Hm. So, und zwar... Wie komme ich da hin, in dieses Fenster rein? Ja, okay, chill. Ja, okay, chill halt. Da ist halt unten, also nicht ganz unten, aber da unten, wo man quasi reinkommt. Da ist seitlich halt so ein Fenster, wo noch ein Item ist. Da suche ich gerade den Weg, wie ich da hinkomme. Ich weiß mal nicht, ob man hier von oben irgendwie gekommen ist. Ob es hier noch irgendwie einen Weg gab, ob es hier irgendwie eine Wand gab. Illusionary Wall. Wisst ihr, ob es hier noch irgendwie eine unsichtbare Wand gab? Ja, okay, der Damage. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie man da normalerweise hingekommen ist, zu diesem Fenster. Junge, da war ich vielleicht einmal in meinem Leben. Und da habe ich wieder den Bug, dass ich weniger Leben habe. Dagi. Oh mein Gott. Der Song kommt aus Shantai, Shantai in the Seven Sirens. Daher kennst du ihn wahrscheinlich. Ich habe gelogen, stark. Hier war da halt der Fahrsch... Okay, Grüße. Wo kommt der denn jetzt her? Ach, das ist der von oben mit dem Bogen. Ja, hier komme ich ja wieder jetzt bei der Kugel raus. Hä? Wie kommt man da hin? Also jetzt glaube ich, habe ich mich wirklich... Also, jetzt habe ich mich glaube ich wirklich softlocked. Das ist eine Kugel gewesen. Die Kugeln sind auf einmal da. Okay, nice. Also wenn man von hier, wenn man vom Bonfire von hier aus kommt. Ich check, ich check. Ich check, ich check das Spiel jetzt. Ich habe das System verstanden. Ich habe das System durchgespielt. Scheiße, der Vogel kommt. Scheiße, der Vogel-Chat. Scheiße, der Vogel-Chat. Okay. Sonnenlichtal ist, mein Schild ist weg. Ich habe kein Schild mehr. Scheiße. Ich habe mein Schild gemocht. Ein tolles Schild. Jemuit-Lupen. So, dann fahren wir hier Fahrstuhl hoch. Zwei Damage. Den müssen wir töten, Chat. Wenn ich es schaffe. Jetzt. Ich muss ihn nicht töten. Okay, ich muss ihn töten. Ich muss ihn nicht töten. Ich muss ihn töten. Ich muss ihn nicht töten. Ja, du dummer Wichskobolt. Gegeben habe ich es ihm. So, was machst du jetzt? Wichskobolt. Den hat er nicht kaum gesehen. Bäm. Okay. Ähm. Ich habe jetzt kein Schild. Jetzt brauche ich ein bisschen Glück. Ich habe kein Glück. Ha. Wollen wir uns erst die helle Bade kaufen? Äh, ja, das ist mein letzter, mein, mein letzter Ausweg. Das Ding ist, es kostet 7500. Aber ja, das ist mein letzter Ausweg. Mit der helle Bade dann Ornstein besiegen. Das ist momentan mein letzter Ausweg. Sag mal tun, welche Zule nicht gezeigt hat, welche reliable sind. Okay, warte, ich schaue mal gleich. Also, ich meine, wir haben jetzt eh das, äh, die, die, das Mysterium gelöst. Ja, deine Sache war leider umsonst. Ich weiß nicht, ob man hier seitlich geht. Vielleicht muss man, um zu diesem Balkon zu kommen, wo dieses eine Item war, vielleicht muss man hier so seitlich gehen und braucht den Schlüssel. Auf der einen Seite braucht man ja so einen Schlüssel. Vielleicht braucht man da den Schlüssel. Ja, ich habe jetzt sehr oft gesagt, man braucht den Schlüssel, ne, hintereinander. Mein Gehirn ist gerade irgendwie nicht aktiviert. Braucht man den? Ja, ich glaube, man braucht einen Schlüssel. Chat, ich vermisse mein Schild. Ich mochte mein Schild. Das war ein tolles Schild. Banane! So, Logang! Was geht ab, Bro? Ich kann dich leider nicht befreien, lol. So, wegen diesem Item bin ich gekommen. Okay. Komm schon. Boom, hilf mir, Maske, Arschloch-Game. Äh, ja, gut. Ich denke mal, diese Seelen sollten uns 7500 geben, ne? Damit können wir uns, ähm, die helle Badekohlen. Und dann gehen wir, I guess, zu Ornstein. Und dann hoffen, dass der Ornstein-Kill mich irgendwo rausbringt, wo es wieder ein bisschen mehr zum Looten gibt. vor allem, dass vielleicht, langsam aber sicher, ich irgendwie einen Weg zu André finde, dass ich meine Waffen upgraden kann. Das wäre auch nicht verkehrt. Das ist alles so belastend, ja, aber es ist noch irgendwie, es gibt immer noch irgendwie Optionen, es gibt irgendwie noch Möglichkeiten, es ist, ich bin noch nicht ganz, ganz am Ende meiner Möglichkeiten. Es geht noch ein bisschen. Jo, wir stehen da oben eigentlich als Boss. Nice. Wir haben keinen Eisen-Giant, sondern den Durm-Hurensohn. Gar keinen Bock oben auf den Kampf. So, wie viel gibt das? 5.000, okay. Gibt das mit zufällig 2.000? Nice. Genau 2.000. Ja, mit dem Glück springt er einfach von der Kante oder so und dann Sieg. So. Das bringt mir gar nichts. Das können wir uns vielleicht später im Late-Game holen. Das Drachen-Großschwert, wenn ich das tragen kann. 50, 50, die Hälfte von 50, Chat, ist 25. Die Hälfte von 25 ist 12,5. 12,5 plus 25 ist 37,5. Also brauchen wir ungefähr 37, 38, stärker, damit ich das zweihändig tragen kann. Boom. Quick Math. Habe ich hier sogar, ich habe sogar eine halbwegs stabile Rolle. No way. Ja, Ornstein ist down, so. Zack, Abfahrt. Ähm, ich denke mal, Goldharz drauf zu packen bei Ornstein bringt nicht so viel, oder? Bosse können doch da nicht runterfallen. Nur der Iron Giant in seiner Fallanimation, weil die so gecodet ist, dass er damit runterfallen kann. Oder habe ich das falsch im Kopf? Also man, man kann im Rando auf jeden Fall einige Bosse von Kanten runterspringen lassen, weil, ähm, ich glaube, das liegt ja nicht daran, weil, weil der so gecodet ist, dass er theoretisch runterfallen kann, sondern, dass, äh, manche Bosse, die zum Beispiel gar keine Möglichkeit haben, runterzufallen, zum Beispiel wie jetzt dieser Mausoleumswächter da, äh, der in einer Arena ist, wo er gar nicht runterfallen kann, bei ihm auch gar nicht berücksichtigt, berücksichtigt, berücksichtigt wurde, dass er runterfallen kann. Dementsprechend könnte er theoretisch runterfallen. Glaub ich. Correct me if I'm wrong, Digger! Okay, let's go. Ich bin dumm. Ich bin giga dumm. 98 Damage. mit einer Waffe, die ich tragen kann. Ich hab vorhin mit einer Waffe, die ich nicht tragen kann, fast so viel Damage gemacht. Ich tricke nicht, chat. Der hat mich aufgespießt. Ich bin einfach sein Döner. Jo, wie schnell. Was war das für ein Dodge? Lol, ich bin Opfer. Ja, ich sollte, glaube ich, ohne Anvisieren kämpfen, dann kann ich besser seine Füße treffen. Ich hab mal so ein Video über solche Borders gesehen und es gibt irgendwie eine Border, wo Bosser nicht runterfallen können. Aber Iron Golem in seiner speziellen Animation schon, aber ich bin mir nicht sicher, wie genau das funktioniert hat. Ich hab auch nicht. Ich hab lieber Spiele, ich sollte keine mehr spielen. Ich sollte lieber was anderes machen, wie zum Beispiel im Stock Market Geschäft einsteigen und ein paar Aktien kaufen und verkaufen und dann reich werden. Ein paar Nvidia-Aktien shoppen. Hab gehört, Bitcoin ist gesunken. Jetzt Bitcoin kaufen, oder? Weil steigt ja eh wieder. Stöcker sammeln. Vertraue mir, ich hab, äh, hab ich 2008 schon mal probiert. Das ging ganz schön schief. 2008, Kloppy. Guck mal. Hier, der Boss ist nicht da. Vorhin. Wer hat gesagt, da? Ich saß grad am Bonfire, ist nicht da. Wo? Aber ja, Kloppy, bist du fucking 50 oder so? Was wird 2008 Aktien gekauft? aus Versehen, aus Versehen, alter geleakt. Kloppy ist 50 und spielsüchtig. Wieso sind wir alle keine Bitcoin-Milliardäre? Halt wirklich. Wieso haben wir uns damals nicht alle Bitcoins gekauft für 50 Cent? Ich hab keine Ahnung, ob sie damals 50 Cent gekostet haben. Absolut gar keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Oh, der Weg geht es mal, ne? Quasso! Waren die an der Lava sterben? Äh, gar nicht? Schon mal darüber nachgedacht? Ieeeee, Kapuka! Der Dünnerspieß? Der Dünnerspieß? Yo, ich seh nicht mal was. Chat, ich seh nichts. Er schlägt einfach um sich herum. Papa papp器 da pappe da papp bapp papp cobra dopa Junge, jedes Mal dieser Weg. Jedes Mal dieser Weg. Jedes Mal dieser Weg. Ich muss mich beherrschen. Ich darf nicht ausflippen. Es ist 23 Uhr. Ins Kissen schreien. Oder immer hier so ein Eimer Wasser neben sich stehen haben. Und immer wenn man ausrastet, den Kopf ins Wasser stecken und schreien. Dann klingt das auch geil. Wie so ein Splatoon-Charakter. Und dann wird man auch ein bisschen wieder wacher und frischer. Und dann ist man so, wow. Weil kaltes Wasser, ne? Wow. Und dann ist man wieder ein bisschen, ein bisschen wieder bei Verstand, wieder zurück. Also ich möchte einmal kurz feststellen, ich bin jetzt schon hier fünf Stunden oder so in dem Run drin. Wartet. Kann man das hier sehen? Nee, bei dem Teil kann man das nicht sehen, glaube ich. Nur im Hauptmenü. Und ich bin irgendwie so fünf Stunden drin. Vier Stunden, fünf Stunden. Ich glaube vier Stunden, ja. Und ich habe einen Boss besiegt. Was halten wir davon? Nicht so viel, oder? Der Boss hat sich selbst umgebracht bei mir. Nein. Ach, du meinst... Nee, dann haben wir zwei. Stimmt. Hier war ja auch noch einer. Okay, wir haben zwei Bosse. Ha! Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann doch geiler Stream. Dann doch geiler Stream. Döner Spieß. Döner Spieß. Aufgespießt. Schade. Das war kein Döner Spieß. Das ist der Döner Spieß. Döner Spieß. Er macht diesmal aber auch keine Sprünge, ne? Döner Spieß. Ver blossoms her. Döner Spieß. Wir sind einfach irgendwie im Void oder so gefangen. Man hört hier keine Sounds. Richtig. Scheiße! Verdornt! Dünner Spieß. Schwing Schwung. Und rein. Okay, kann er einen Follow-up machen. Schwanz nicht getroffen. Schwing Schwung. Das Problem ist, Chat, wir haben jetzt zwar einen coolen Gun, aber keinen neuen Weg. Wo sind meine Runen? Ah, da 11.000, stark. Der Asylum-Dämon, der sich einfach selbst im Lava umgebracht hat, hat mir mehr gegeben als der hier. Komisch. Weil nebelwandtechnisch müsste der doch mehr eigentlich geben, weil er später kommt. Okay, dann kriegen wir jetzt hier einen Schlüssel für das Asylum. Hexen. Oha! Hexen. Maschallah. Die Hexe. okay jetzt noch eine hose eine hose eine leichte hose chat und den ring fürs asylum nee das stand nicht auf meiner liste sie lefona torias 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 sie lefona torias so was brauchen wir für die waffe 36 stärke das ist not bad die hälfte von 36 chat ist 18 die hälfte von 18 ist 9 18 plus 9 sind 27 ich brauche fünf level dann können wir die axt benutzen problem ist halt ich bin wieder am fett rollen farm und ich habe jetzt 11.000 bekommen ich habe die sohle sohle seele von torias könnte vielleicht auch schon so reichen das ding ist halt nur ich habe jetzt ich bin jetzt wieder an dem punkt wo ich bin wieder an dem punkt wo ich den scheiß schlüssel brauche für asylum da brauche 24 stärke hälfte von 24 ist 12 24 plus 12 die kommt jetzt auf die hälfte wie kommt es jetzt auf 24 36 stärke brauche für die axt oder er ich bin dumm stimmt ich bin dumm das war ja so rum stimmt dann kann ich das jetzt schon trägen wir machen aber noch mehr so ja ich habe jetzt eine big big waffe ne kondition bringt nichts also kondition können wir machen wenn ich keine wenn ich mittlerweile so viel stärke habe dass wir so gut wie alles im spiel tragen können an waffen dann vielleicht kondition bis dahin aber ich werde wenn ich zwei schwere sachen habe wie zb jetzt die axt und die hose ich brauche schon viel zu viele level jetzt bin jetzt bei 41 8 vom gewicht her und ich insgesamt habe ich 61 ich bräuchte jetzt über 20 mehr belastung das lohnt sich nicht in kondition zu gehen wir werden in diesem run wahrscheinlich so gut wie immer eine federal haben deshalb das einzige was ich hoffe ist ich würde sogar sagen glaube ich wenn ich genug stärke habe dann gehen wir einfach komplett in hp rein und baller nur noch hp damit ich einfach alles weg denke ich mache dann einfach pois schild hoch blocken draufhauen blocken draufhauen mehr mache ich dann nicht mehr so chat aber wir haben jetzt ein problem ich habe kein weg mehr ich habe kein weg mehr ich habe kein weg mehr bist du sens fest und unten ja da gibt es ja keine nebelwand neben moment wir haben noch eine nebelwand ich habe aber die tote nicht gezählt ich mach mal drei stück drauf der eingang ist doch eine nebelwand ja aber der eingang ist dazu da ist ein riesiges trock und der eingang ist keine nebelwand der hat der gerade durch alles durch geschossen leelski oh mein gott ich bin giga schlecht ich glaube die nebelwand die erste nebelwand die von unten kommt die habe ich nur von außen aber nicht von innen er hat durch geschossen er schießt durch die sind gerade einfach da durch geflogen diese schweine kind so komm her traust dich nicht ne so ähm weil wo bin ich wo bin ich rausgekommen ne fuck ich glaube wenn ich jetzt hier durchgehe komme ich dann beim mausoleumsboss wenn ich von der seite komme bin ich glaube ich gleich beim mausoleumsboss dann haben wir jetzt noch einen bosskampf das ist gut die achse ist mächtig wenn ich das system dieser dieses foggate randomizers gecheckt habe müssten wir jetzt beim bosskampf rauskommen wenn ich überlebe okay überraschung okay ne ich verstehe das system dieses foggate simulators gar nicht aber hey chat erste glocke bingo bongo wir haben bald andere gefunden bing bong bing bong bing bong jede seite des foggates hat einen anderen ort wo man auch es ist irgendwie verwirrend ich check das nicht es ist random irgendwie gerade oh random randomizer es ist irgendwie komisch weil da bin darauf bin ich schon vor irgendwie stunde oder so eingegangen mit meiner paint zeichnung dass irgendwas da nicht stimmt dass teilweise nebelwände von beiden seiten das gleiche sind aber dann teilweise doch nicht und irgendwie ganz komisch okay alles stirbt ich kann hier grinden chat let's go es stirbt nichts mehr kannst mit einer paint zeichnung den hp balken zeigen dieser scheiß hp balken jungen wieso ist er die ganze dieses dumme graue ding das triggert mich so vielleicht nicht das was mit der randomisation logik zusammen ich weiß es nicht wir müssen uns auf jeden fall alles merken ich hoffe ihr merkt euch das alles toll oh 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 er hat überlebt wieso kommt da jetzt so viele scheiß würmer raus Ey, komm schon Oh, mein Gera Gugaka Ich renne einfach Ciao Oh, stimmt, das ist ja hier Feuerhüterin, ich kriege ab jetzt 10 Estus Stark Ja, das wäre crazy, wenn die Würmer gerandomist wären Junge, greifst du so einen an Und dann springen die einfach so 5 Gewinn so raus Wieso sind die nicht am Eideln? Äh, weil die normalerweise ja hier Ach du Scheiße Ne, ist nicht Artorias, ich dachte es ist Artorias Die sind ja normalerweise irgendwie so Gegner Die am Schlafen sind oder so Irgendwie Gegner, die Die im Vanilla Äh, eine besondere Animation Haben, zum Beispiel wie Keine Ahnung Irgendwie an der Wand angelehnt Schlafend oder sonst was Die sind dann, oh, Schild Die sind dann im Randomizer Nicht am Eideln, sondern irgendwie so Gefroren Und ich habe eingestellt Im Rando Dass die Nicht eingefroren sind Sondern Normale Gegner sind Wo ist der Big Boy? Weil Wir hatten jetzt bei den letzten Rando Runs in Dark Souls 1 Immer Das Problem gehabt Dass super viele Gegner Und Bosse Einfach nur in T-Post stehen Und dann war das immer so ein bisschen Irgendwie Lame Dann kommst du in ein Gebiet Wo irgendwie alles voller Monster ist Und dann stehen alle in T-Post Und dann kannst du einfach durchlaufen Und dann ist das irgendwie so Ja Cool Cooler Randomizer Das ist ja eine richtig coole Challenge Kannst einfach durch das Gebiet durchlaufen Und hast keine Probleme Ja Nee Wenn der Torjus tot ist Ja, gut möglich Dass das erst kommt Wenn der Torjus tot ist Hier ist das PvP-Gebiet Okay, okay, okay So Wir haben jetzt ein riesiges Schmutzgebiet Vor uns Und das ist der einzige Weg Den ich gehen kann Viel Spaß Weil schon 23 Uhr eigentlich Eigentlich sollte ich langsam Schluss machen So Waffe, die ich nicht benutzen kann Let's go Grüne Scherbe Wie So Ich bin nicht so oft In meinem Leben Im DLC gewesen Vielleicht eine Handvoll Mal Deshalb Muss ich Äh Bin ich mir nicht sicher Wo die ganzen Items hier rumliegen Brauchst du Backseat Gaming Für was Für Items Meinst du Wenn ich vorbeilauf Kannst du mir gerne sagen Ja Boah, die Axt ist geil Die ist geil Bauer Scheiße Das ist ein geiles Gerät Die Animation ist halt Irgendwie nur Dass sie von Wenn er von oben schlagen würde Mit wegen einer helle Badewehr Wäre geil Aber dieser Schlag hier Ist so kacke irgendwie Wie so von unten Das wäre so eine Viel, viel geilere Waffe Würde man halt Von oben schlagen Wie halt man mit einer Axt macht Vielleicht der hat zwei Angriff Ja, der hat zwei Angriffe Katastrophe Große Scherbe Von unten hat Style Ähm Ich will aber kein Style Ich will Damage Was macht das für einen Unterschied Also von unten kann ich Viel schlechter Einschätzen Wie weit es geht Als von oben Und ich glaube Wenn man von oben schlagen würde Hätte man doch theoretisch Auch mehr Reichweite Die Animation sieht auch Komplett dumm aus Das ist eine riesige Angst Und die haut so von unten Als wäre es so ein Schwert Er ist irgendwie Komplett dämlich Ich höre das Schreien hier Ich weiß nicht Ob ich da Irgendwo gab es so Am Außen So an einem Gebäude Konnte man so Außen rumlaufen Ich glaube das kommt gleich noch Oje Ein Schreckmoment Jumpscare Pilz Äh XDSD Dankeschön Für den Raid Vielen, vielen Dank Und hallo So eine scheiß Axt Gehe ich nehme alles zurück Die Axt ist scheiße Der Tritt Oh mein Gott Hallöchen Freude in der Nacht Was geht ab man Oh springen Springen ist es Das ist jetzt mein Angriff Rundschild Perfekt Das ist jetzt mein Main Angriff Das ist schön von oben Und geiler Damage Ui Wir entfernen uns noch weiter Ins Fatroll Territorium Noch tiefer Da Da meinte ich Da könnte man irgendwie so Außen rumlaufen Ah hier geht es noch irgendwie hoch Hier geht es einfach noch im Kreis Ne Ne Da ist noch ein Gegner Naja so Ich wollte ihn Wollte ich nur vorbereiten Damit du weißt Was gleich mit dir passiert So Kauerbrocken Nice Sind wir jetzt doch wieder in Elden Ring Oder warum sind Sprunggegengriffe effektivsten Ja Die sind halt geil Einfach Geiles Gerät Junge Menschen aus so einer Höhe Mit dieser Rüstung Da so runterspringen Komplett lebensmüde Die sind so schwer zu treffen Jemand ist gestorben Danke Junge diese random Schreie im Hintergrund Voll creepy hier So Eine Waffe die ich nicht tragen kann Ich kann sie tragen das ist auf jeden Fall schon mal etwas was ich benutzen kann Wo Musik Knie ist doch mal diese Atmosphäre hier Diese Spooky 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 Dark Souls Atmosphäre Ach du Scheiße Was ist da unten los Gibt es da unten ein Item Da ist eine Kiste Verdammt Verdammt Ich mach 17 Ich mach 17 14 Schaden Ich mach kein Damage mehr Das war's Damage hat Urlaub Tim diese Sau ist einfach noch im letzten Moment Umgedreht Und ich bin auf ihn drauf gelandet Stevo Dankeschön Für 8 Monate Ja Ist an der Stelle RIP Also kämpfen kann ich jetzt eigentlich vergessen I guess Ich denk mal ich muss jetzt wieder einfach rennen Bunnen halt wirklich Frech Hast du ne Lampe? Äh nee Hab ich nicht verkauft Ich weiß nicht was mein Plan war Ich weiß nicht was mein Plan war Keine Ahnung Keine Ahnung Gib dir ein Item wo du nur mit einer Lampe äh ran kommst Äh weil man sie nicht sieht oder weil sich dort etwas nicht öffnet Weil sich sonst etwas nicht öffnet Okay Kenn ich gar nicht Das ist nicht mein Dark Souls So Vielleicht die Kiste rushen Ich hab eh nichts zu verlieren Oder ich lock die hier hoch Und dann spring ich runter Das klingt nach nem Plan Ich muss hier nur durchpassen Okay er kann auch runterspringen Scheiße Schlüssel Untot Asylvest Ist das der Schlüssel Chat? Okay hier ist ne Kante Das ist der Schlüssel oder? That's the key That's 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 the key Ummm Wie bin ich da hingekommen? Ich habe Luft angehalten, das ist ein Maybe nur mit dem man in dieses einzelne Item rankommt, wie geht es dir eigentlich? Gut, gute Nacht Zaps, ich habe gesammert und hi Hush, vom Mausoleum aus oder? Im Deal C, ne, doch, ne, doch, da wo ich Gargoyle bekämpft habe, beim Schmetterling oder, beim Schmetterling ne? Ähm, dann müssen wir kurz eine Liste aufmachen. Oh mein Gott, bitte Dark Souls. Oh mein Gott, bitte! Warte, bevor ich irgendwas hier öffne. Habe ich hier irgendeine, ich habe hier eine TXT, die heißt Dark Souls plus, die heißt Dark Souls. Gut, ich nehme die TXT einfach. So, und zwar... Nices T-Shirt, nicer Typ. So, was sagst du jetzt? Nein? So, ähm, ich bin ein paar Mal gestorben. Ähm, Sense Fortress erste Nebelwand innen von Kugelraum aus. Damit ich das nicht vergesse. DLC... Manus... Manus City. So. Pst, 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 pst. Peitsche. Pst, 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 pst 38 Damage. Ich mach euch ständig Kompliment und dann sagt ihr immer, mmh, du Klima, du willst nur unser Geld. Ich sag das nie doch, du hast letztes Mal gesagt Oh du Schleimer, du willst nur mein Geld, du Hurensohn Hast du gesagt, hab ich gescreenshottet Und in meinen Gemeini-Ordner gepackt Mann, gemeini-Ordner-Stream Boah, ich muss jetzt ganz nach unten Du sagst immer, wir sind ein Haufen schwuler Furries Oh, das ist so mei Ne, warte, ich lauf nicht hier, sondern ich lauf da Das war true, aber dennoch rude Ist das so rude? Musst du mir gestern eine neue Festplatte kaufen Weil der Gemeini-Ordner zu groß war Was ist das eigentlich Für eine dumme Scheiße Ich spiele hier Dark Souls Und bin den ganzen Stream über nur im DLC unterwegs Wir müssen aufhören gleich Ich geh nochmal kurz die Tür aufmachen Um zu checken, was da ist Magst du DLC nicht? Äh, nicht diesen Abschnitt hier Den mag ich nicht so sehr Aber Mir geht es eher darum, dass ich Die simplen Wege nicht bekomme Wo nicht alles vollgeschissen Mit ganz vielen Monstern Dass ich nicht den simplen Weg Finde zu André oder so Oder zum Feuerbandschreien So, dass ich die ganze dumme DLC unterwegs bin Ich seh schon Feuerbandschreien Endgame Den simplen Weg kann jeder Du hast recht Ich bin Macher Ich nehm den schweren Weg auf mich Ich hab mich ganz am Anfang entschieden Wie gehen ins DLC Und dahinter steh ich Ich könnte auch den simplen Weg Ich könnte den simplen Weg auch nicht Ja, also was heißt der simplen Weg Natürlich hängt es dann am Ende ab davon Was dort natürlich für Gegner spawnen und so weiter Aber Die anderen Wege sind meistens nicht so So groß und so überladen mit Gegnern Da Ist ein bisschen entspannter, sagen wir mal Entspannter So Für welche Tür ist jetzt der Schlüssel? Für die oder die andere? Was ein geiles Gerät, diese Peitsche Boah, meine Lieblingswaffe, Chad Ich glaub, das wird meine neue Dark Souls Lieblingswaffe Ich glaub, ich werd ab jetzt Jedes Mal, wenn ich Dark Souls einspiele Immer nur diese Waffe spielen Boah, ist die geil Holy Shit, ist die cool Boah, macht das viel Spaß Seht ihr diese coole Animation? Bam Zack, er dodged einfach Mann, macht das Spaß mit dieser Waffe zu spielen Wie konnte er eigentlich Miyazaki Nur so ein geiles Gerät in ein Spiel einbauen Also ohne dieses Spiel Äh, ohne diese Peitsche wäre das Spiel halt wirklich Eine 6 von 10 oder so, ne Aber mit Peitsche Holy Shit, ist das krass Okay, jetzt ist es nicht für diese Tür Und keine Backstabs oder Parrys möglich Ja Junge, wie geil ist die Waffe Boah, was ne coole Animation Liege So Hier kann ich's benutzen Ist die eine Hände nicht besser? Mit einhändig mach ich einen Schlag von oben Mach ich halt weniger Damage, ne Ich mach schon so gar kein Damage mit der Waffe Blaue Scholle, blaue Scholle Lebst du noch? Lebst du noch? Hörst du nicht die Glocke Hörst du nicht die Glocke Oh mein Gott, chat Mein Brain Mein Brain ist heute einfach Puh Ich sollte gleich wirklich aufhören Ich hab einfach nur noch eine Gehirnschmelze Schlüssel, aha Cool, bringt mir gar nichts Jetzt kann ich von der Seite noch rein Oh, guck dich den süßen kleinen Hund an Der ist ja Ultra Tanki Den ignorieren wir einfach jetzt mal Stream weiter Okay, gib mir Wenn du mir 50.000 gibst Nein 50 Millionen Ich bin elektro check Dieser Dreckshund tötet mich Für 50 Millionen Blase ich dir deinen Schwanz in exklusive, alter So So Die Tür Geht nicht mehr Ähm Musst du eigentlich nicht Mach ich trotzdem Auf Ehre Genau So Ähm Wir können jetzt die Nebelwand hier noch von innen probieren Hä? Ach ja, ich hab ja Bonfire Was ist dieser Damage Hö, man kann hier hin, Leute Einfach Hundemann, alter Ja Ja, das sind diese kleine Hunde aus Schandstadt Die konnten da nur mal so Feuer sprechen Da wo diese Dieses Item war Für den Estus Verstärkung Feuer der Seele Da war ein Loch Habt ihr das gesehen? Nein Ich auch nicht Weil ich bin ja auch runtergefallen Boah, mit der Axt hätte ich den Pimmel so auseinandergenommen, ne? Wurde die Shit, hätte ich ihn gelöscht Er wüsste gar nicht mehr, wie er heißt Er würde denken, er heißt wirklich Eisenbolle 23 Damage Peitsche only run Let's go Lieblingswaffe im ganzen Spiel Lieblingswaffe in jeglichem Spiel, das ich jemals gespielt habe Okay Chat, ich bringe ihn dazu, dass er runterfällt So machen wir das Was sagt Illusionary Volley Was sagt der dazu Auf YouTube Geht das oder nicht? Der sagt Du bist ein geiler Macher Was ist eigentlich diese komische Welle da? Komm, fall runter Komm, fall runter Der hat mich geschoben Der hat mich getötet Ah, passt Das soll Windstoß sein? Das ist irgendwie so eine komische Welle Ich weiß nicht, ob es möglich ist Start Die Welle kommt Jetzt ist die Welle oben gewesen, weil er Dumm steht Aber wieso ist der so? Aber der ist ja Mit einer Fat Roll Unmachbar Er fällt runter Okay Chat Ich mach mit Schild Ich halt einfach Schild hoch Der hat einfach getwerkt Bald so, ob das noch ein Treffer war Ich fliege Ich schlafe Wie viel wiegt die Hose eigentlich? 9,7 Die Rüstung 11,7 Junge, die Handschuhe sind ja heavy, Alter 7,6 für Handschuhe Katastrophal Ja, ich denke Den Weg können wir nicht gehen Ich denke, ich muss mit dieser Peitsche In Manus City rumlaufen Komm, fall runter Komm schon Fall runter Ja, schieß los Draginus Geht nicht Boah, du bist so langweilig Sag doch einfach geht Obwohl es eine Lüge ist Schild 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 14 Damage 14 Damage 14. 1, 4. Eingeschissen. Huch, scheiße. Stinky. Stinky-Boo. Okay, Chat, wir machen noch 15 Minuten. Bisschen nur. Und dann verabschiede ich mich. Und streame nie wieder. Ähm. Ich geh einfach oben. Ne, oben bringt mir gar nichts. Ich muss ganz zurück. Okay. Ähm. Ähm. Erste Nebelwand. Äh, warte. Sense Fortress, erste Nebelwand, außen, führt nach DLC, DLC und im DLC gehe ich nach Artorias Nebelwand, die führt mich zum Schmetterling und dann bin ich im Asylum, Asylum oben, Schmetterling, einfach Schmetterling, so, damit ich das halt ne, für das nächste Mal mir nichts vergesse ne. Ich denke mal, ich werde doch irgendwie mir heute noch ein zweites Mal laufen. Was war, wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ach ja. Das sind so Enemy Walls quasi, die verhindern, dass Gegner irgendwo runterfallen, die sind auch in Taurus Demon Arena, aber an zwei bestimmten Stellen nicht, wo er runterfallen kann, das heißt, das ist da sogar beabsichtigt. Miyazoki, Miyazaki, dieses Genie. Du hast doch den Schlüssel für Asyl bekommen. Ja, ja, ich war ja gerade da und bin ja gerade jetzt durch die neue Möglichkeit mit dem Schlüssel gerade bei dem Boss gelandet, den ich absolut nicht schaffen kann mit dieser Waffe gerade. Also gehe ich jetzt halt wieder woanders hin, mit der Hoffnung, dass ich, dass ich ne Waffe bekomme, damit ich ihn bekämpfen kann. Ja, der kann einen aus der Map werfen. Der kann also grabben und dich werfen. Und das ist dann... Er kann halt das machen, was du mit ihm machen kannst. Du kannst ihn ja auch runterkicken und der kann das auch. Ist an sich ein cooler Kampf. Merge, solche coolen Kämpfe würdest du in Elden Ring geben. Aber, hey, ich bin Elden Ring. Wie wäre es, wenn du einen weiteren overtunenden Boss bekommst? Ähm, wo wollte ich nochmal hin? Holy Shit, Elden Ring 8-Stream. Nein, ich liebe Elden Ring, aber mir fehlt da halt irgendwie ein bisschen Kreativität, was die Kämpfe angeht. Jeder Kampf ist halt einfach schlagen, dodgen. Was ja okay ist, weil das ist ja das Core-Gameplay von FromSoft-Spielen, von Elden Ring. Aber es wäre halt schon cool, wenn es irgendwie auch Bosse gibt, die irgendwie eine interessantere Mechanik haben, außer schlagen, dodgen. Ja, wir haben halt Rikard, okay. Haben die halt wieder einen weiteren Boss gemacht mit einer Sturmwaffe, die wir schon in Demon's Souls hatten, in Dark Souls 3 hatten. Na? Aber du hast halt nicht irgendwie sowas wie den Seaseless Discharge oder sowas. Du hast nicht irgendwie sowas wie einen Eisengolem oder sowas, ne? Keine Ahnung. Gibt's halt irgendwie nichts. Die besonderen Sachen, die es gibt, kennt man halt schon aus den anderen Teilen. Ja, Demon's Souls hat auch sehr viele coole Bosse. Allein schon so was wie, was ja auch Demon's Souls hat, zum Beispiel jetzt dieser Boss, wo du eine Schwachstelle hast. Dieser komische, dieser dicke da Typ mit dem Vogel, wo du auf das Ding draufhauen musst. Dann fällt er um, dann musst du auf den Vogel hauen. Der riesige Rochen, Alter. Du hast diesen Typen, der blind ist und nur auf deine Geräusche hört. Sowas halt, keine Ahnung, sowas alles gibt's in Elden Ring nicht mehr. Und auch wenn vielleicht bei Elden Ring natürlich irgendwie das alles sehr flüssig und sehr smooth sich anfühlt und so, ne? Das Kampfsystem auch viel mehr Variety hat, was Waffen angeht, was das Movement angeht und so, sind die Bosse halt, ja, haben halt irgendwie keine coolen Ideen, leider. Es ist halt alles nur, Boss macht eine lange Combo, du dodgst und schlägst halt drauf. That's it. Was natürlich auch Spaß macht, das klingt jetzt so halt so super negativ, aber mir fehlt da halt irgendwie so ein bisschen mehr Variety. Sehr, sehr schade. So, dann suchen wir mal nach einer neuen Waffe. Papa braucht neue Schuhe. Oder so. Aber das ist halt alles Meckern auf hohem Niveau, sagt man, ne? Das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Bohohohohohohoho. So. Das sind halt alles Meisterwerker, aber Elden Ring hat weniger als Dark Souls 1. warum kannst du das nicht ich hatte auch die axe hätte ich das schon auch gekonnt aber ja ich habe jetzt eine peitsche ich finde nicht dass elton ring meisterwerk ist doch elton ring ist auch sehr sehr gut ist einfach nur wir sind einfach nur verwöhnt von fromsoft spielen wenn dann mal eins irgendwie ein bisschen schlechter ist oder so und einem weniger gefällt das andere sofort trash game das sind halt immer noch alles sehr sehr gute spiele ich habe neue hose chat federal scheiße scheiße wo ist diese wo ist dieses item was man nur mit einer laterne bekommt dass die er weiter oben oder er weiter unten ab hier elton ring schon etwas glatt gebügelt ja aber das ist ja nicht schlimm das problem ist ja nicht dass also ich finde ja sie können ja nicht heutzutage du kannst ja heutzutage nicht ein spiel auf dem heute beim heutigen standard ein spiel rausbringen was denn was ein movement hat und sich so klanky anfühlt wie dark souls 1 das wird jeder hassen das kannst du halt heute nicht mehr machen und das ist auch gut so weil so wie sich elton ring anfühlt ist halt das sehr sehr nice kommt er jetzt angelaufen wir kommen wie langsam der ist kagy hasst elton ring die welton ring was hat der mich noch trifft äh ne schreibt mir nochmal ich war da wo du zwischen den gebäuden lang gegangen bist vorhin da ist irgendwo was da ist eine wand ist es eine tür was ist es eine wand was ist das denn das ist eine wand okay und was ist da normalerweise für ein item drin in vanilla okay ich versuche es durchzurennen ich würde die gerne töten chat ja ich würde die gerne bekämpfen aber das geht mit dieser peitsche ich kann nicht mit dieser peitsche auf diese gegner drauf herbern ich kann nicht mit dieser peitsche auf diese gegner drauf herbern ich wäre mehr eins mit der peitsche wenn die peitsche damage machen würde junge ich glaube ich kann mit der faust manchmal mit der faust mehr als diese dreckigen peitsche ja sekiro sollte man sowieso wenn man gute spiele mag dann muss man sekiro gespielt haben sekiro ist geil neustrad ich habe neustrad das ist meine neue strat fuck die kommen ja hier hin ich dachte nicht dass sie hier hinkommen können das ist auch runtergejumpft das ist aber auch recht geil ah das kriegt man da ja dann war ich da schon mal aber habe es nur vergessen das hatten wir bei dem level 1 run den ich gemacht hatte da habe ich das glaube ich geholt also irgendwann mal im stream habe ich das item geholt ich erinnere mich er kommt von da nicht nicht der triggert nicht von da wenn der jetzt nicht weiter kommt ne was ist das für eine schreckliche waffe oh mein gott aber der schlangenboi ist jetzt weg keine ahnung wo er hin ist aber er ist weg ich mag den ort hier so jetzt gibt mir eine schmackofatzige waffe ritter der dunkelheit oh mein gott ne spalt axt was passiert da oben j 2 stück angst angst okay damage test nice wir können den mausoleumswächter damit bekämpfen das ist das ist das ist kein schaden aber das ist ne zahl die höher ist als 14 was stimmt eigentlich mit diesen katzen gegnern nicht in brando das ist ja das ding ist ich mach zwar jetzt mehr der mensch als 14 aber der mausoleumswächter wird halt trotzdem schwer weil er so schnell angreift und ich halt nur eine fat roll habe ne ich bin scheiße ich bin zurückgegangen die katzen sind super weird die wollen irgendwie immer zu ihrem ingame og punkt oder so gehen deswegen regnen die immer in den in den tod gegen die wand ok weird also der wald ruft sie wollen zurück in den wald oh mein gott wieso kommt der jetzt hier hin boah so eine spitzsacke schön in dein arschloch rein ist geil alter das scheppert das scheppert John Shepard um genauer zu sein das war ein richtig geiler witz war hier nicht irgendwie ursprünglich der schlüssel für ne tür um hier in dem gebiet weiter zu kommen musste schmunzeln musste schmunzeln die bank ist vor dem der macht super viel damage so das item hier runter hauen ohne zu runter zu fallen nice so wir haben da unten jetzt noch ein neues item das sind einige gegner ich bin tot ich habe überlebt ok drachen und wappenring gedöhnt scheiß ich habe irgendwie einen zauber chat niemand sieht mich Daniel Phantom holt Shortcut ich habe keine ahnung erst einmal die LC meinst du den Shortcut äh ja der Ring scheint wohl mich ihr zu zu stopfen die sehen mich alle nicht mehr also die hören mich nicht mehr so ok nice ich weiß nicht ob da noch irgendwie items drin lagen gut möglich gemälder hüter handschuhe wo kommt der jetzt her ich habe keine Fat Roll jetzt oder nie eigentlich zum Mausoleumswächter oder fiiiiich jnn jjkk Chat? Okay. Ist das hier so eine komische Stille? Ist das wegen dem Spell auf meinen Schuhen? Was machst du denn hier? Ja, aber nicht nur ich, sondern irgendwie alles um mich herum macht irgendwie keine richtigen Sounds mehr. Irgendwie alles so still. So gruselig. Äh, ja. Ich habe da jetzt auf jeden Fall schon mal einen Weg offen. Lass mal jetzt mit der Rolle, mit der Rolle, mit der Rolle, Biako, Biako zieht die Maus. Lass jetzt mit der Rolle zum Mausi. Mit der Rolle und mit der Waffe mal den Mausi probieren. Ich wollte nur bis 0 Uhr. Verdammt, wir haben schon nach 0 Uhr. Okay, wir machen einmal Mausi try. Nur zu gucken, wie viel Damage ich mache bei Mausi. Vielleicht wird mich Mausi gar nicht sehen. Weil der eigentlich blind ist oder so. Dieser Schrei war so geil. Der war so ein bisschen gurgelnd irgendwie, oder? Der ist irgendwie so richtig gegurgelt irgendwie beim Schreien. Junge, ich sollte immer mit diesem Spell spielen. Das ist irgendwie voll geil. Irgendwie fühlt sich das auch schneller an. Mach mal nach. Ich kann jetzt nicht schreien. Es ist 0 Uhr. Nachbarn beschweren sich. Morgen ist Montag. Alle hassen Montag. Ich muss ins Deal ziehen. Hey, gerade von der Arbeit gekommen, Digga. Einfach der Malocher. Das war eine unschöne Rolle. Ich beschwer mich, wenn du schreist. Guck mal. Ace beschwert sich auch, wenn ich schreie. Also, haben wir schon mal zwei. Nachbarn und Ace. Keke kann ich lesen. Ja, und? Würdest du dich jetzt über mich lustig machen? Biaco. Würdest du dich jetzt über mich lustig machen, weil ich nicht lesen kann, ne? Oh, guckt mich an. Ich bin Professor. So, ich beherrsche perfektes Deutsch. Guckt mich an. Digga, a pros pros malo. Von 1. Gameshop-Kunden sind die most cursed human beings on earth. Und My Hero Academia-Fans haben keinen Filter. Ich bin Professor Stone und habe deutsche Logie studiert. Nazi. Ja, gegeben. So, was hast du jetzt? Charmat. Ey, wie stattet er dich? Wow. 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 Zeit, ich muss jetzt Mausi noch machen. Ja, ich weiß, wie man Argumente gewinnt. Leg dich nicht mit mir an. Meine Freundin ist mein Hero Academia-Fan. Ich muss mir immer von ihr eine Situation-Chip anhören. Ist sie auch toxic? Bitte. Was ist sie wirklich? Ich muss mich für eine Situation-Chip anhören. Entschuldigung. Bitte, quatschst. Okay, vielleicht ist der Damage doch nicht so krass. Ich steh vom Bonfire, der ganze Weg nochmal. Ich steh vom Bonfire. Dieses Stille ist so weird, ich find's richtig geil. Ich kann euch atmen hören. Ja, nur ein schneller Try. Wir machen nur einen schnellen. Einen schnellen Mausi-Try. Aber ich glaub, das wird nix. Ich werd viel zu wenig Damage bei Mausi machen. Nicht mit dem Mindset. Junge, wir haben nach 0 Uhr. Ich hab grad jemanden im Chat aus Joke Nazi beleidigt. Was für ein Mindset. Ich bin durch. Boah, vielleicht hat Mausi Stichschaden Resistenz 0. Boah, ich muss sagen, ich find das geil. Ich will glaub ich immer jetzt so Dark Souls spielen. Irgendwie ist das geil. Irgendwie hat das was Meditatives, wenn man so nur so irgendwie diese Ambient Sounds hört. Irgendwie ist das geil. Geil. Dieser Wind. Diese Waldgeräusche. Geil. Wer ist überhaupt Mausi? Äh, Mausoleumswächter. Ich hab ihn getauft. Mausi. denselben Fehler nochmal. Denselben Fehler nochmal. die geräusche beim kacken wäre geil du wenn du kannst würdest du dir wünschen du wärst in wald mal sie ist mein spitzname für klaus habe ich ihn gegeben als uns tote maus vor die tür gelegt hat sie ist so okay lasst uns schauen was das wird wo es nur damit testen okay ich wollte kurz der mit testen das war knapp ja wirklich ein scheiß spawn trapper das ist doch auto oder kann ich ihn bitte einmal schlagen ich will ja noch gucken wie viel unten rechts bei dem roten balken verschwindet zum glück muss ich nicht so weit laufen das war weiter Kann ich Goldharz auf die Waffe draufpacken? Ja, bestimmt, dass er immun gegen Goldharz. Jetzt. Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Äh, ne, ich hab's glaub ich ausgemacht, Raghi. Okay, 61. Ich installiere das Spiel. Ich glaube, der Boss in dieser Arena ist eine richtige, richtige Arschnummer. Aber zum Glück haben wir noch den Weg im DLC. Da kann ich auch noch weiterlaufen. Ist unten beim Manus, äh, zum Gebiet in diesem Void, dieses Dunkle, ist da vorne noch ne Nebelwand oder ist die Nebelwand erst beim Manus? Ja, ich hab's. 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 Ich gewinne. Zeig'mal. Ich hack mir Max Stats Macher Einfach Macher Ich dachte die Blitze fliegen gegen die Säule Aber die sind überall drüber geflogen Die sind drüber geflogen Der war halt in so einer Säule Ich dachte ich stehe halt Ich hab mich extra dahingestellt Wo ich dachte ich bin safe Ich hab nicht aufgegeben Das war ne Säule Dieser Bosskampf in dieser Arena Ist wirklich Das ist echt nicht Der Boss ist da echt nicht für gedacht Ich hasse Randomizer Er trifft mich durch die Säule Er ist völlig runter Tragi fällt mich runter Tragi fällt Schwanz Ich habe ihn Ey, das sah echt so gut aus gerade, jetzt würde er runterfallen. Ist das New Game Plus? Das ist New Game 100. Das schaltest du frei, wenn du mit Miyazaki ein Date hattest. Die Mausikern vergiften ja der Schwanz halt, den kannst du abhacken. Dann kriegst du auch eine geile Peitsche. Der Schwanz ist es. Wie macht man den Bosskampf? Wie war das, Dave? Das war richtig scheiße. Er kann kein Deutsch, ich kann kein Japanisch. Wir haben uns angeschwiegen. Wie hat er mich mit seinem schwanzigen Schwanz getroffen eigentlich? Warum tust du das gleich gerade an? Ja, ich hoffe, dass er vielleicht runterfällt. Aber gut, Draghi, wenn du das sagst, dann höre ich wohl auf. Hast du recht. Ja, I don't know. Wir müssen dann zu Manus, I guess, ne? Zu Manus in dem Gebiet von Manus. Auch wenn ich darauf gar keinen Bock habe, gibt's da ja auch einiges zum Looten. Da können wir vielleicht irgendwie eine Waffe finden. Das Ding ist, die Waffe ist ja nicht mal verkehrt. Die Waffe ist ja an sich voll okay. Aber unabgegradete Waffen in Dark Souls sind halt katastrophal scheiße, ne? Das sind halt katastrophal scheiße und wir brauchen halt irgendwie den Weg zu André. Ich muss irgendwie den Weg zu André finden. Dann können wir anfangen, Waffen so abzugraden. Weil ich habe, ich habe ja sogar, glaube ich, die große Glut, ne? Ne, ich habe, glaube ich, nur die Riesenglut. Der wird im letzten Raum des Surrenders sein. Das wäre sehr, 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 sehr schrecklich. Das kann eigentlich nicht passieren. Das geht nicht. Wir haben ja, wir haben ja mehrere Möglichkeiten, zu ihm hinzukommen. Wir haben die Möglichkeit durch Sands Fortress, da muss ich nur noch die zweite Glocke finden. Das ist halt ein Weg. Wir können vom Feuerband schreien aus. Ich muss nur den Weg dahin finden. Zum Feuerband schreien, den Weg zu finden, gibt's auch viele verschiedene Wege. Gargoyles oben, wenn ich da oben durch die Nebelwand komme. Unten in der City bin ich draußen. Also es gibt super viele Möglichkeiten, die mich theoretisch zu André führen könnten. Es gibt super viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass es irgendwie nur ein Weg ist oder so. Und aller, ne? Es ist ja nicht nur ein Weg. Es sind super viele Möglichkeiten, die mich dahin führen können. Und das ist jetzt ärgerlich, dass ich keines dieser vielen Möglichkeiten heute getroffen habe. Aber gut, man muss auch sagen, ich war heute echt lange an denselben Stellen. Weil der Seed ist echt hart. Kann der Riese nicht auch deine Waffe upgraden? Er ist halt nicht da. Also du meinst den Riesen wahrscheinlich in Anno Londo. In Anno Londo kann ich nicht hin. Wenn du den Riesen im DLC meinst, er ist nicht da. Er ist erst da, wenn ich ja Tore besiege wahrscheinlich. Problem ist, zu der zweiten Bell führt nur ein bestimmtes Tor. Ja. Ja, meinte Anno Londo. Ja, ich habe noch keinen Weg zu Anno Londo gefunden. Ja, der Seed ist sehr schwer. Also der Anfang ist sehr schwer. Aber das ist alles machbar. Das Ding ist, was ich jetzt halt für eine Befürchtung und was ich jetzt für eine Angst habe ist, was mache ich, wenn ich jetzt in das Manusgebiet gehe und ich kriege da eine komplett katastrophale Waffe, die ich nicht benutzen kann, die dann super wenig Damage macht. Dann muss ich nur hoffen, dass die Wand, die Nebelwand, die zu Manus führt, mich irgendwo wieder hinführt. Aber wenn die Wand bei Manus mich auch zu einem Boss führt und ich in dem Gebiet von Manus eine Waffe bekomme, die ich nicht führen kann, dann RIP. Weil jetzt, sage ich mal, mit dieser Spitzhack, auch wenn ich super wenig Schaden mache bei Mausi, mit viel Mühe und viel Geduld könnte man Mausi damit besiegen. Deshalb tue ich mir das an und quäle mich bei Mausi durch oder hoffe ich, dass entweder im Gebiet von Manus etwas Gutes droppt oder die Nebelwand bei Manus mich irgendwo hinführt, wo ich wieder Möglichkeiten habe, Waffen zu finden. Die Helle Barde habe ich schon gekauft, damit habe ich Ornstein besiegt. Der Händler, der die Helle Barde verkauft, der hat auch noch das Drachenschwert verkauft. Um die zu führen, bräuchte ich... So ungefähr 34... 33 stärke oder für zweihand da sind einige level ich glaube ich habe gerade so 28 stärke oder so ich glaube sie wird nix ja mit etwas geduld 24 die hälfte von 24 ach halt die klappe ja mal schauen wenn wir damit weitermachen also an sich auch wenn ich gerade sehr straggler und der brain rot gerade extrem real ist es macht trotzdem sehr viel spaß es macht trotzdem sehr viel spaß und ich will auf jeden fall weitermachen deshalb ja wen verarscht der ace keig oder mich beide er hat uns beide erwischt es macht sehr viel spaß und ich freue mich da weiter zu machen ich weiß noch nicht wann wir weitermachen vielleicht dienstag oder so mal gucken aber ja chat vielen dank fürs zuschauen war wieder ein sehr sehr nice stream aber das ist ja immer mit euch